Sie hören eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Oh Schreck, die Untoten sind nicht tot. Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit Dead Nerds Talking, dem Walking Dead-Podcast. Und hier sind eure Gastgeber. Hier sind Chris und Andreas. Herzlich willkommen zu Dead Nerds Talking, eurem Walking, eurem, eurem. Das ist schon das zweite Mal beim Herr-der-Ringe-Podcast, da habe ich so Ringe der Macht und jetzt ist hier so euer Walking Dead-Podcast hier bei Nerdizismus.de, in dem wir regelmäßig alles besprechen, was mit Untoten, Infizierten, Walkern oder sonstigen Horrorwesen zu tun hat. Mein Name ist Chris und mit mir dabei, wie immer, der Andreas. Ich grüße dich. Hello, 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 hello. Ich freue mich, mit dir wieder über Walker reden zu können. It's been a while. Ja, tatsächlich. Obwohl, wir haben Anfang des Jahres oder Ende letzten Jahres haben wir irgendwie mal die beiden Serien am Stück besprochen und jetzt geht's weit weiter mit hier Daryl Dixon. Genau, und dann hatten wir ja auch noch The One Who Lives. Das dürfen wir ja auch nicht vergessen. Und jetzt sind wir wieder in Frankreich. Und bevor wir euch jetzt mit ganz, ganz vielen Spoilern, denn wir haben die komplette Staffel schon gesehen. Also wenn ihr das jetzt hier schaut, wir haben alle die komplette Staffel schon gesehen. Wir werden hier alle Folgen besprechen. Wir werden auch gucken, dass wir das in Kapitel einteilen, sodass ihr das vielleicht bit by bit hören könnt. Oder wenn es euch wurscht ist, dann hört es einfach jetzt. Ansonsten kommt einfach wieder, wenn ihr die komplette Daryl Dixon Staffel 2 The Book of Carol gesehen habt. Das an dieser Stelle nochmal als klare Warnung ausgesprochen. Und wenn ihr natürlich mehr von uns hören wollt, dann könnt ihr das tun auf nerdizismus.de. Da findet ihr alles, was wir bisher so gemacht haben. Aktuell sprechen wir über The Rings of Power. Ja, wir sprechen darüber. Ihr könnt uns natürlich auch mit uns in Kontakt treten. Das könnt ihr gerne machen, indem ihr uns eine E-Mail schreibt an info.nerdizismus.de oder eine WhatsApp- oder Sprachnachricht an die 015259647709. Und natürlich freuen wir uns auch immer über Bewertungen bei iTunes Podcast Addict. Und seit Neuestem könnt ihr auch bei Spotify und auch bei Pocket Cast bewerten. Also inzwischen führen nach und nach alle gängigen Podcast-Apps auch Sterne-Systeme ein. Von daher freuen wir uns, wenn ihr da fleißig ein paar 5 Sterne und auch gerne einen Kommentar hinterlasst. Warum ist das wichtig? Weil dann nämlich diese dummen Algorithmus denken, die Show hier wäre richtig gut. Und da geht es um eine richtig tolle Sache. Und das müssten noch viel mehr Leute hören. Und wenn ihr die auch mit Walker-Content quälen wollt, dann lasst einfach Sterne da. Dann spült es das Ganze nach oben. An der Stelle noch ein Hinweis, weil es auch gerade thematisch passt. Wir haben ja noch eine Halloween-Live-Show. Nerdy Christmas, der Halloween-Show. Und anschließender Halloween-Party in Essen im Rabbit Hole Theater. Das findet auch an Halloween statt. Nämlich am 31.10. um 20 Uhr im Rabbit Hole Theater. Zu Gast ist die fantastische Cosplayerin Edencraft. Das wird wirklich sensationell. Wir haben ganz viele Spiele. Ihr könnt mal Nerdy Christmas bei YouTube eingeben. Da findet ihr die letzte Show mit David Grashoff oder die mit Douglas Stahl oder die mit dem Papa Basti oder die mit dem Nerdgasm-Goodie. Also von daher schaut da mal rein. Das ist wirklich sehr, sehr lustig. Aber, aber, aber. Es gibt nur wenige Plätze. Es ist ein kleines Theater. Also haltet euch ran. Und auf rabbitholetheater.de slash Nerdy Christmas oder rabbithole-theater.de slash Nerdy Christmas. Da könnt ihr euch ein Ticket schießen. So, das war jetzt genug der Ansage und der Eigenwerbung. Ich sehe schon wieder die, die Ordine, die, die Attention Spend, die bricht dann immer ein, ne? Wenn du zu lange Vorreden machst. Bei YouTube wäre das natürlich auch ein algorithmischer Killer. Aber wir sind ja nicht bei YouTube. So, Andreas. Hast du noch ein bisschen Bock, dich nochmal ganz kurz so dran erinnern, was wir über The One Who Lives gefaselt haben? Und was uns manche da noch ein bisschen geschrieben haben? Über The One Who Lives? Ja, können wir gerne machen. Also ich habe die Serie quasi vollständig vergessen, aber wir können gerne nochmal zurückgucken. Vielleicht erinnern uns die Kommentare auch dran. Exakt, vielleicht erinnern uns die Kommentare dran. Der El Mercy schreibt, hi Chris und Andreas. Es scheint tatsächlich so, The One Who Lives ist als Love Story gedacht gewesen und das CRM diente nur als Kulisse dafür. Damit ist das CRM aber weit unter Wert abgehandelt worden. Immerhin war das CRM das verbindende Element der drei Spin-Off-Serien. Seit Jahren immer wieder angeteast. Da hatte ich schon gehofft, dass die Geschehnisse aus World Beyond wieder aufgegriffen werden und The One Who Lives die drei Serien zusammenführt. Vielleicht mit Charakteren aus allen drei Serien. Stattdessen wurde das Ganze in 15 Minuten abgewickelt und alle offenen Enden einfach fallen gelassen. Da haben sie in der Tat alle Chancen ungenutzt liegen lassen. Ja, also da gebe ich dir vollkommen recht. Das war ja auch ein Kritikpunkt, den wir hatten. Beziehungsweise wir haben ja, ich ja mehr als du, World Beyond wirklich nur durchgestanden unter der Prämisse, dass das halt irgendeinen Payoff hat. Ja, genau. Und ich habe ja die paar Szenen aus World Beyond, in denen es ums Ziel ging und wo dann auch ein paar Sachen gezeigt worden sind, auf die man in dieser Staffel hätte eingehen können. Die habe ich ja nochmal erwähnt und irgendwie wurde da nur so halb drauf eingegangen und grundsätzlich, ich war ja auch nicht überzeugt von der Storyline von The One Who Lives. L. Mercy schreibt weiter, General Beal oder Major Beal oder Major General Beal oder Sergeant Major, whatever. Beal hat Rick geglaubt. Er sagt doch, dass Rick hätte fliehen können, aber stattdessen zurückgekommen ist. Also muss Rick jetzt überzeugt sein. Dem CRM geht es übrigens gut. Die getöteten Soldaten waren nur die, denen Beal das Briefing gehalten hatte. Die meisten Soldaten wussten nichts von seinen finsteren Machenschaften. Schon erstaunlich, dass Beal mit diesem Unsinn überhaupt jemand überzeugen konnte. Dass Jadis und Thorn von dem Quatsch völlig begeistert waren, war schon arg an den Haaren herbeigezogen. Ja, da muss ich mir jetzt gerade nochmal, auch nochmal das aus meinem Gedächtnis hervorkramen. Ich glaube, wir hatten uns drüber unterhalten, ob das jetzt die ganze CRM auf Armee auf einmal war. Ich erinnere mich noch. Es war auf jeden Fall sehr, sehr viel, aber wir haben ja auch nie so richtig gezeigt bekommen, wie groß das CRM ist. Deswegen, also Elmercy, du hast wahrscheinlich irgendwelches Comicbuchwissen oder sowas, das uns zeigen könnte, dass das CRM noch wesentlich größer ist und noch eine größere Armee hat. In The Ones Who Live wurde das schlichtweg nicht dargestellt. Deswegen, ja, kann sein, also dass es nicht das gesamte CRM war. Wäre schön, weil dann gibt es noch irgendein Verbindeselement zwischen den Serien, die denn da auf diesem Kontinent spielen. Ja, was ich mir wünschen würde, wie es weitergeht, wäre The Walking Dead, The Next Generation. Das CRM kommt weg, das Camovel auf und der Nachwuchs unserer Helden, zum Beispiel Judith, RJ, Gracie und so weiter, versucht die Zivilisation wieder aufzubauen. Aber das werden sie nicht machen. Insofern habe ich mit DVD jetzt abgeschlossen und bin zufrieden, dass sie die Story von DVD endgültig beendet haben. Viele Grüße, Elmercy, PS. Die Idee mit dem Post-Apokalypse-Podcast klingt sehr gut. Mein Lieblingsgenre, da ich fast alles gesehen habe. Fallout bin ich gerade dabei. Freue mich drauf, eure Meinung zu hören im Vergleich zu The Walking Dead und The Last of Us. Hast du denn Fallout inzwischen gesehen? Ich habe Fallout inzwischen gesehen, ja. Soll ich jetzt meine Meinung dazu sagen? Ja, natürlich, sag doch mal kurz deine Meinung. Ich glaube, wir werden das jetzt in der ersten Staffel jetzt nicht mehr bekasten, von daher, hau mal raus. Ich fand es nicht gut. Das habe ich überhaupt nicht gefallen. Kurzkontext, kennst du die Spiele? Nee, ich kenne die Spiele gar nicht. Deswegen haben natürlich die ganzen Verweise für mich auch nicht so gut funktioniert. Ich habe irgendwann mal Fallout 3, glaube ich, kurz angespielt und dann war mir das auch zu verwirrend. Deswegen habe ich das dann aufgehört. Nee, bei mir haben die Verweise nicht funktioniert. Ich fand die Story teilweise sehr verwirrend. Ich fand es irgendwie ein bisschen unmotiviert auch oft. Und ja, dann waren vielleicht zu viele Fantasy-Elemente drin oder sowas. Ich habe auch viele Sachen nicht verstanden. Mir hat diese Serie gar nicht gefallen. Hat mir gar keinen Spaß gemacht. Oh, okay. Da habe ich hier eine komplett andere Meinung. Ich habe das jetzt abgefeiert, wäre jetzt übertrieben. Aber ich hatte schon meinen ganz großen Spaß dran, weil ich natürlich kannte das Fallout-Universum nur so ganz am Rande. Also natürlich weiß ich, dass es die Spiele gibt und ich habe auch mal irgendein Fallout-Ding auf irgendeiner Xbox irgendwann mal gespielt, aber nie zu Ende gespielt. Weil, keine Ahnung, manchmal sind mir solche Open-World-Titel einfach so, da bin ich so in der Stimmung. Also da habe ich da keinen Bock. Ich sehe die ganze Karte voller Aufgaben und habe schon keinen Bock mehr. Und vielleicht war es deswegen. Nicht, weil das jetzt übermäßig schlecht war. Aber ich fremdele ja auch so ein bisschen mit so Endzeit-Sachen. Und von daher bin ich da. Aber ich fand immer diesen 50s-Look, den fand ich ganz cool. Ja, dieses 50er-Jahre-Rocket-Man-Geschichte-Sachen so ein bisschen futuristisch zu machen, das fand ich eigentlich immer ganz cool. Und von daher mag ich eigentlich so dieses Look and Feel von dem Ding. Und ich mochte bei Fallout alles, was im Vault stattgefunden hat, fand ich super. Und alles, was draußen stattgefunden hat, fand ich nur so okayisch. Ja. Und deswegen hätte ich mir so eine reine Vault-Serie mal gewünscht irgendwie. Das kann ich gut verstehen. Also ich fand die Vault-Teile, beziehungsweise die Vault-Passagen, der kam mir auch später nochmal eine, die fand ich auch wesentlich besser. Aber grundsätzlich, ich bin auch kein großer Retro-Konnoisseur. Und Retro-Futurismus gefällt mir dann auch irgendwie nicht. Ich konnte mich auch nicht mit irgendeiner Figur besonders identifizieren. Das war alles so ein bisschen schwierig. Ich kann natürlich verstehen, dass wenn man von dem Universum keine Ahnung hat und ich sag mal auch so, wie es vom Intro her war. Also du hast praktisch die normalen 50er, 60er Jahre und dann macht es halt eben bumm. Man muss halt diese ganzen Monster, Mutanten und Ghouls, die plötzlich 200 Jahre alt werden, das muss man halt irgendwo kaufen. Und ich kann verstehen, wenn man das nicht tut. Jetzt könnte man natürlich auch argumentieren, ja, aber Walker kaufst du doch auch. Ja, aber das ist ja genrespezifisch. Ich kann ja nicht, dann brauche ich ja den Zombiefilm gar nicht gucken. Also wenn ich das von vornherein nicht kaufe. Es ist aber noch mal was anderes, ob ich einen Zombie habe oder so Ghouls oder irgendwie so ein Kram. Ja, und bei Zombies ist es ja auch wieder, gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Auslegungen. In The Walking Dead, das haben wir immer gesagt, geht es ja nicht um die Zombies. Und da geht es einfach, da sind die Zombies. Ja, leider. Ja, vielleicht leider. Aber das ist ja auch die Frage, wie man die Serie guckt. Für mich ist es total spannend zu sehen, was mit den Menschen da gemacht wird. Und dann muss man halt gucken, ob man diese Geschichten irgendwie gut erzählt. Und ja, ich würde jetzt auch, also keine Ahnung, ich bin jetzt auch kein großer Zombie-Fan irgendwie. Dass ich sage, okay, mich interessiert irgendwie diese große Art und Weise, wie die Zombies sich irgendwie entwickeln oder sowas. Ich will vor allen Dingen sehen, was machen die Menschen, wenn sie eben unter einer unglaublichen Bedrohung leiden in einer Endzeitstimmung. Dann ist es irgendwie spannend. Ja, für mich wirkte irgendwie Fallouter so ein bisschen Star Wars-esk. Irgendwie Star Wars 18 plus so ein bisschen. Also keine Ahnung, mit sehr, sehr vielen leichten Fantasy-Ideen, sehr, sehr viel Splatter natürlich irgendwie dabei. Ja, ich weiß nicht, es ist einfach nicht mal eine Serie gewesen. Ich freue mich dafür auf die zweite Staffel von The Last of Us umso mehr tatsächlich. Ja, und da hatte ich, also bei Last of Us bin ich ja noch nicht ganz sicher, ob ich jetzt das Spiel vorher spielen soll. Weil ich habe den zweiten Teil noch nicht gespielt. Ich hatte mir den, der Licht hier rum, ich glaube, der ist sogar noch verpackt. Weil, keine Ahnung, dann kam irgendwie die Serie, da dachte ich mir so, ah, dann spielst du nochmal den ersten Teil. Den habe ich ja tausendmal angefangen und dann erst mit sozusagen der Motivation der Serie dann auch wirklich mal zu Ende gespielt. Weil ich ja, wie lange Hörer werden es wissen, an so einer blöden Stelle hing, wo ich keine Munition mehr hatte. Und das war alles so ein bisschen nervig. Und dann war es an der Stelle aber so, dass ich jetzt halt überlege, ja, spiele ich jetzt den zweiten Teil, der so ganz anders sein soll. Und der so teilweise wirklich für Kontroversen in der Gaming-Welt gesorgt hat. Oder, guck, hier ist die Serie. Ich weiß es noch nicht so ganz genau. Wann soll denn die zweite Staffel rauskommen? Da habe ich aber, glaube ich, noch ein bisschen Zeit für, ne? Ich glaube in 2.25, also so viel Zeit hast du jetzt nicht mehr. Aber, ja, können wir mal abwarten. Ich werde es auf jeden Fall gucken. Ich werde das Spiel auch nicht mehr spielen. Das war mir, das war mir Teil 1 schon viel zu schwierig. Ich möchte ja einfach mal später spielen. Aber da gibt es doch, glaube ich, auch einen Story-Mode. Ja, aber selbst im Story-Mode habe ich im Teil 1 irgendwie Probleme gehabt, zwischen diesem Klickern irgendwie hin und her zu schleichen, ohne dass ich erwischt werde. Und bin dann ewig oft gestorben und sowas. Da habe ich keinen Bock drauf. Ja, ich kann das verstehen. So ging es mir ja auch. Und bin aber dann an einer Stelle oder so halt mal mit dem Schwierigkeitsgrad runter und dann durch. Und am Ende hinten raus hatte ich eigentlich dann nie mehr Munitionsprobleme. So, also genug der Abschweifungen. Lass uns doch mal beginnen mit der zweiten Staffel, The Walking Dead, Daryl Dixon. Eben nicht mehr, sondern sie haben sie umbenannt mit The Book of Carol. Wir wollen mal ganz kurz rekapitulieren, wo wir in der ersten Staffel waren. Daryl ist aus Drehbuchgründen nach Frankreich gekommen. Dort trifft er auf, über Umwege, also erstmal tötet er ein paar Menschen. Einer davon hat einen Bruder, der mag ihn ab sofort nicht mehr. Ja, mit Einschränkung, also ob er ihn getötet hat. Genau. Und er trifft auf, ja, das verheißungsvolle, nicht näher, dessen Fähigkeit nicht näher benannte Wunderkind Laurent. Oder ist es überhaupt ein Wunderkind? Auf jeden Fall ein Kind, das nach Mont Saint-Michel gebracht werden muss. So, und das führt durch allerlei Irrungen und Wirrungen. Und ich weiß noch, dass ich damals gesagt habe, diese Dead City Geschichte hat mich irgendwie mehr angemacht als Daryl Dixon. Weil ich bei dem ganzen Moulin-Kram einfach nicht wusste, so what's the point? Kann das Kind jetzt was? Kann es jetzt nichts? Was hat es? Warum? Wieso? Ich habe mich erfreut an dem schönen Setting, an dem neuen Setting, dass es mal was anderes war. Und bei dir kam es ja sehr gut weg. Wir holen uns nochmal kurz den Rotten Tomatoes Score rein. Das war bei den Critics 70 Prozent. Und was glaubst du, was es beim Audience Score war? Ah, schwierig einzuschätzen. Ich glaube, die ist nicht so schlecht angekommen. Aber sag es mir mal. 68 Prozent. Okay, gut. Ungefähr auf 6 Euro. Also mittelmäßig, ja. Ich gucke mal eben, was The Ones Who Live am Ende hatte. 85. Ja? Okay. Aber guck an. Also von daher ist dann doch nochmal die Geschmäcker ein bisschen unterschiedlich. Also am Ende erreicht man Saint-Michel unter verschiedenen Irrungen und Wirrungen. Du wirst gleich noch was über die verschiedenen Fraktionen sagen. Und landet dann ja bei so einer, wir haben euch alle lieb, Gemeinde. Ja, genau. Und dann entscheidet sich Daryl halt nicht nach Back to USNA zu gehen. Richtig, genau. Am Strand der Norman des D-Days. Tatsächlich. Wir haben und wir haben ja auch einen kleinen Funkspruch am Ende der letzten Staffel gehört, glaube ich. in dem dann schon klar wurde, dass Carol irgendwie auf dem Weg ist. Zumindest ungefähr weiß, was passiert. Was wir, genau. Ich habe die erste Staffel ja relativ stark gefeiert, wobei ich schon sagen muss, dass dazwischen auch so ein paar Episoden dabei waren, die mich verwirrt zurückgelassen haben. Aber ich mochte das Setting sehr. Ich fand, dass da auch ein deutlicher Wechsel zu The Walking Dead, zu der Ur-Serie war und grundsätzlich auch mal so ein leichter Stimmungswechsel. Ich mochte auch, dass alle Französisch reden. Gut, aber das ist vielleicht auch meine Perspektive, weil ich einfach so frakophil bin. Und ich fand es dann schön irgendwie, dass am Ende das Ganze in Mons-à-Michel gemündet ist. Das war ja auch lange unklar. Und um deinen Punkt wieder aufzunehmen, ich mochte auch, dass unklar ist, was mit Laurent eigentlich ist. Was der so für Fähigkeiten hat und warum denn so viel Hoffnung in dem gesetzt wird. Weil es wird ja schon angedeutet, und das haben wir auch gut verstanden, warum denn Laurent so eine Ausstrahlung hat. Also der ist immer, wenn er zu irgendwem geht, dann sind die Leute fasziniert von ihm. Und ich finde, das haben sie auch gut dargestellt. Aber warum ist unklar. Genau, das ist warum. Und ob das jetzt in dieser Staffel rauskommt und ob wir wissen, was der Laurent jetzt kann, ob er fliegen kann, gegen Kryptonit allergisch ist oder sonst irgendwie einfach nur in die Unterhose-Pups. Darüber werden wir jetzt sprechen. Die drei Fraktionen, die in dem ganzen Stück hier jetzt eine Rolle spielen, wen haben wir denn da nochmal? Wir haben ja den... Vielleicht sollte man an dieser Stelle vielleicht mal einen kleinen Spoiler-Alert schon mal raushauen, weil jetzt geht es natürlich auch so ein bisschen darum, welche Fraktion spielt denn überhaupt noch eine Rolle in der zweiten Staffel. Und wenn ihr das überhaupt nicht wissen wollt, dann solltet ihr jetzt vielleicht kurz unterbrechen, bis ihr zumindest die erste Folge gesehen habt. Ganz genau. Ja, wen haben wir denn? Drei Fraktionen. Genau. Die drei Funktionen sind erstens die sogenannte Union of Hope mit Lausanne, dem Priester als Führer. Die sitzen eben in Mont-Saint-Michel und sind verbündet mit der Montmartre Rooftop-Community in Paris. Die haben wir auch in der ersten Staffel schon gesehen. Da haben sie ja viel Zeit gemacht bei dieser Rooftop-Community. Genau. Die zweite Fraktion ist The Power of the Living. Das ist die, die kontrollieren im Prinzip gesamt Frankreich und haben Marion Genet als Führerin zusammen mit ihrer Freundin Veronique, die glaube ich aber in der ersten Staffel noch nicht dabei war, aber Marion Genet haben wir schon kennengelernt. Ja. Und die dritte Fraktion, die so ein bisschen neutraler Boden ist, ist der Demi-Mont-Night-Club in Paris in den Katakomben. Ja. Das ist so ein bisschen wie bei John Wick dieses Continental-Hotel, dieser Night-Club. Hast du John Wick gesehen? Nee, habe ich leider nicht gesehen, deswegen bin ich gerade still, aber du wirst es recht haben. Also bei John Wick kurz, es gibt so, das ist ja dann eine Killer-Gilde, ja, eine Assassinen-Gilde und es gibt halt eben dieses Continental-Hotel oder auf jedem Kontinent oder jeder Stadt oder so gibt es halt so ein Continental-Hotel und das ist so ein normaler, neutraler Grund und Boden. Also da können die sich auch mal zurückziehen, da darf keiner umgebracht werden und so weiter, da dürfen auch keine Geschäfte gemacht werden und egal welche Fraktion, welche Assassine da reinkommt, in diesem Continental-Hotel darf nichts passieren. Das ist nur mal so. Und so ein bisschen ist ja das in diesem Nacht-Club da auch. Ja, genau. So ist das, genau. Bis unsere Helden wiederkommen, wie immer. Ja, genau, wir können da irgendwann am Ende vielleicht mal drüber sprechen, ob es wieder so war, dass unsere Helden gekommen sind und Gruppen zerstört haben oder ob die Gruppen, ja, ob die sowieso instabil waren. Da müssen wir mal, da müssen wir nachher drüber reden. Ja, also da steigen wir im Grunde genommen ein, da geht es los und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war guter Dinge. Ich hatte mir, bin sogar geneigt, am Ende deiner Einschätzung recht zu geben, dass ich Dead City vielleicht einfach ein bisschen überbewertet habe und Daryl Dixon etwas unterbewertet habe und es geht ja auch im Grunde genommen gleich super los. Wir fangen mal mit den ersten zwei Folgen an. Du hast eine kleine Zusammenfassung geschrieben. Genau, ich habe immer so ein bisschen mitgeschrieben bei meinem Binge-Watch dieser zweiten Staffel. Also, wir starten da, wo wir aufgehört haben, nämlich in Mont Saint-Michel. Die erfahren, dass so eine Gruppe um Falou, den hatten wir, glaube ich, in der ersten Staffel schon kennengelernt und Emil, dass die irgendwo gefangen genommen worden sind und deswegen will die Union of Hope da eine Gruppe aufbrechen lassen nach Paris, um die wieder zu befreien. So, das ist erst mal das Setting, was wir in Mont Saint-Michel erleben. Dann gehen wir rüber in die USA und sehen Carol. Carol, die unterwegs ist und zum Hangar mit den Zombie-Jägern aus Staffel 1 kommt, wo Daryl sich kurz verdingt hatte. Und da erfährt sie mit ihrem Auftreten, dass halt seit Terminus sich nicht besonders geändert hat. Sie erfährt, dass Daryl auf ein Boot gegangen ist und quasi über den Atlantik geschifft worden ist. Sie erfährt aber auch, dass dieses Boot offensichtlich das Einzige war, das jemals gekommen ist und sie jetzt nicht irgendwie erwarten kann, dass dieses Boot relativ schnell wiederkommt. Ja, und in ihrer Verzweiflung, auch weil das Motorrad, mit dem sie gekommen ist, kurz beschossen wird, klaut Carol dann ein Auto. Mit dem Auto fährt sie weiter und sieht aus dem Auto heraus ein Flugzeug. Das interessiert sie natürlich sehr, weil sie jetzt ja eine Möglichkeit sucht, irgendwie über den Atlantik zu kommen. Hat dabei einen Unfall und landet irgendwie erst an so einem Diner und bricht dann in eine Farm ein. Da trifft sie den Farmbesitzer Ash. Sie erinnert sich auch an einer Scheune an Hirschels Farm mit ihrer Tochter Sophia. Das müssen wir im Hinterkopf haben, weil es in dieser Staffel tatsächlich nochmal wiederkommt. Sie bekommt eine Konfrontation mit Zombies in einem Gewächshaus, wo sie eigentlich nicht sein dürfte und wo sie dann auch so einen kleinen Schrein sieht mit Erinnerung an Ashs Sohn, der gestorben ist. Und im Endeffekt überzeugt sie Ash, der Flugzeugpilot ist und der dieses Flugzeug hatte, mit nach Europa zu kommen, auch weil seine Farm zusammenbricht. Und sie lügt, dass sie nach ihrer Tochter sucht. Das heißt, wir haben schon mal ein Setting. Sie wird mit Ash da über den Atlantik fliegen. Daryl kommt mit dieser Tour, die die Union of Hope losgeschickt haben, nach Paris. Da überfallen sie den Gefangentransport von The Power of the Living und befreien da Gefangene. Marion Genet ist auch dabei bei diesem Gefangentransport. Die entkommt aber. Ja, und das letzte Bild, das wir in dieser Folge sehen, ist, dass Ash und Carol mit der Propellermaschine über den Atlantik fliegen. Dann gehen wir in Folge 2. Wir sehen so ein paar Szenen von Laurent, der in Mont-Saint-Michel aufwächst und sich über die Rückkehr auch von Fallou und Emil und sowas freut. Und auch von Daryl natürlich, weil er sich dem besonders nahe fühlt. Und man merkt aber auch, die Leute brauchen irgendwie Hoffnung, weil sie wissen ja nicht so richtig, wie es jetzt irgendwie weitergehen könnte. Carol und Ash haben es über den Atlantik nach Grönland geschafft, geraten da sofort in Bedrängnis wegen ein paar Zombies, die sich irgendwie in den Boden eingegraben haben, werden dann aber gerettet. In Mont-Saint-Michel geht es weiter mit religiösen Deutungen. Lausanne wird von einer Gläubigen, die eine Hauptrolle spielen wird in dieser Staffel. Und ich weiß nicht, wer die Figur ist. Ich weiß nicht, wie sie heißt. Und ich weiß nicht, von wem sie gespielt wird. Das ist immer ein gutes Zeichen. Wenn jemand sechs Folgen lang vorkommt, man weiß nicht, wer es ist. Nennen wir sie mal Ariel, würde ich sagen. Wir nennen sie jetzt Ariel. Okay, wir nennen sie Ariel, ja. Lausanne wird von Ariel gedrängt, ein Erkennungsritual an Laurent durchzuführen, damit diese Gruppe mal wieder ein bisschen Hoffnung bekommt, weil sie warten halt irgendwie auf, ja, auf was auch immer, während Daryl mit Laurent Baseball trainiert. Sie überlegen dann, wie es weitergehen kann. Und dann wird aber Laurent entführt in der nächsten Nacht. Nochmal kurz nach Grönland. Die beiden Forscherinnen, Ian und Hannah, die in Grönland gestrandet sind, entpuppen sich als eine Art von Sozialdarwinistin. Also mit dem Ansatz, ja, die Zombie-Apokalypse ist halt auch nur ein Weg der Natur, sich selbst zu heilen. Die eine will Carol töten, während sich die andere von Ash schwängern lassen möchte. Und dann soll die andere auch wieder geschwängert werden. Anyway, Hannah lässt sich von Carol überzeugen, statt ihr, im Endeffekt Ian zu töten. Hannah kommt mit Carol dann zu Ash und, naja, Ash tötet sie dann im Nebel. Also es ist insgesamt nicht so gut gelaufen auf Grönland. Auf jeden Fall fliegen sie dann weiter. In Mont-Saint-Michel wird Sylvie langsam misstrauisch, weil sie bestimmte Vorgänge nicht versteht, die da passieren. Unter anderem, dass so ein Apfelkuchen in irgendeinen Turm gebracht wird. Sie geht dem nach und findet Laurent in einem Turm in Mont-Saint-Michel selbst versteckt. Also entführt worden ist er tatsächlich gar nicht. Daryl und eine Truppe sind aber auf der Suche nach den Entführern von Laurent und dabei werden sie von den eigenen Leuten in den Hinterhalt geführt. Am Ende wird klar, dass der Priester Lausanne das Ritual an Laurent durchführen möchte. Der will nämlich Laurent beißen lassen. Der letzte verbliebene Verräter, der tatsächlich Emil ist, lässt sich von Daryl, Isabel und Falou überwinden und wird am Ende erschossen. Carol und Ash kommen mit dem Flugzeug in Frankreich an, landen außerhalb von Paris, verstecken das Flugzeug auf einer alten Pferderennbahn und Carol verabschiedet sich dann von Ash, um vermeintlich nach ihrer Tochter zu suchen. Dann ist Carol in Paris. Sehr, sehr schöne Bilder da und sie sieht dann auch diese Plakate der, jetzt vergesse ich selber wieder, der Power of the Living. Achso, der anderen. Genau, der Power of the Living. Power of the Living, ja. Genau, und sie sieht Soldaten, die Obdachlose verprügeln, auch die mit dem UNIR-Logo, also Power of the Living. Sie sticht dann in einen Getreidesack und sorgt so für eine Spur, wo denn diese Soldaten hinfahren. Und sie fahren zu einer Versammlung von Madame Genet mit Essensausgabe. Den Menschen in Paris wird die Rückkehr der Ordnung unter Genet versprochen. Und jetzt sollen auch 20 Freiwillige ausgewählt werden, die dann eben auch in The Power of the Living eintreten dürfen. Alle wollen natürlich, weil es gibt Essen, ne, so. Carol gerät in Konflikt mit einer Wache und wird durch ihren Mut, dass sie in diesen Konflikt mit der Wache gegangen ist, ausgewählt, unter diesen 20 zu sein. Daryl, Isabel und Falou kommen zurück zum Mont Saint-Michel, aber sie müssen auf die Flut warten, um überzusetzen. Der richtige Moment für den ersten Kuss zwischen Isabel und Daryl. Lausanne erfährt, dass auch er nicht alles wusste. Er war nämlich in den Hinterhalt gar nicht eingeweiht, in denen Daryl, Isabel und Falou geführt worden sind. Das war alles Arielle. Carol lernt auf der Fahrt Rémy kennen. Die werden zu einer alten Festungsanlage, der Mais en Mer, in der Ile-de-France, also nahe Paris, gebracht. Das ist, wie ich nachher mal ergoogelt habe, eigentlich das Fort de Comay, das eben an der Ile-de-France ist. Im Keller ist Genet, die gerade jemanden foltert, sympathisch. Und das ist Codron, den wir aus der ersten Staffel kennen, der mit dem Bruder, den du eben erwähnt hattest. Exakt. Der soll ihr verraten, wo Daryl ist. Er weiß es aber nicht, zumindest sagt er das. Aber auf dem Tisch hinter ihm liegt die Uhr mit Mont Saint-Michel drauf. Und damit endet Staffel, Folge 2, nicht Staffel 2. Genau. Huch, das war's schon. Danke fürs Einschalten. Ja, ein Auftakt mit Höhen und Tiefen. Aber ich fand die ersten zwei Folgen durchaus vielversprechend. Und wie ging's dir? Du hast es ja jetzt dann gebinged an einem Tag durch. Ich hab's mir auf zwei, drei Tage verteilt. Jetzt hast du die ersten zwei Folgen gesehen und hast dir gedacht, oh Gott, ich muss noch weitermachen. Oder hast du dir gedacht, naja, komm, mach die dritte? Unterschiedlich. Nach Folge 1 hab ich gedacht, oh Gott, ich muss noch weitermachen. Weil Folge 1 war ja wirklich so, wir setzen wieder Setting und irgendwie wurde noch nicht so richtig eine Geschichte erzählt, sondern im Prinzip wurde uns gesagt, ja, wie ist Carol denn eigentlich darüber gekommen? Dass jetzt nicht so super spannend war. Also klar, dass Carol in dem Moment, wo sie ein Flugzeug sieht, dass sie auch da nachgeht, ist auch irgendwie verständlich. Dann hab ich mich noch gefragt, ob man mit so einer Propellermaschine überhaupt dahin fliegen kann. Pass auf, das hab ich mich nämlich auch gefragt. Und da fragen wir doch einfach mal, lass uns doch mal unsere Gesprächsrunde erweitern. Und die KI mal befragen. Sag mal JetGPT, kann man eigentlich mit einer Cessna von ungefähr New England nach Frankreich fliegen? Eine Cessna kann in der Regel nicht direkt von New England nach Frankreich fliegen, da ihre Reichweite für solch lange Distanzen nicht ausgelegt ist. Die typische Reichweite einer Cessna, je nach Modell, liegt zwischen 1000 und 2000 Kilometern. Der Flug von New England nach Frankreich beträgt jedoch über 5000 Kilometer, was weit über die Reichweite der meisten Cessna-Modelle hinausgeht. Piloten von kleineren Flugzeugen, wie der Cessna, fliegen manchmal über den Nordatlantik, indem sie mehrere Zwischenstops einlegen. Zum Beispiel in Kanada, Grönland und Island, um die Strecke in kleineren Etappen zu bewältigen. Okay, das heißt, ich müsste aber da auch immer auftanken, oder? Ja, genau. Aber das haben sie ja in Grönland tatsächlich auch gemacht. Also sie kriegen da ja dann wirklich Zeugs. Ich hatte das vorher auch schon mal gemacht tatsächlich, wie ich gesagt habe. Und ich habe jetzt nicht Cessna gefragt, sondern grundsätzlich mal Propellermaschinen. Es gibt Propellermaschinen mit sehr, sehr großer Reichweite. Hier wird mir zum Beispiel angegeben, die Beechcraft King Air. Und die können dann 2000 Kilometer fliegen. Und dann könnte man sagen, okay, von Georgia oder New England oder wie du sagst, bis nach Grönland. Das geht gerade noch so. Und von Grönland bis Frankreich ginge dann vielleicht auch, ist vielleicht ein bisschen gebeugt. Aber ich finde es erstmal gut, dass sie nicht den direkten Überflug gemacht haben, sondern über Grönland geflogen sind. Also das ist ja schon mal ein ganz guter Move irgendwie. Aber das ist witzig. Der erste Gedanke kam mir halt eben auch so. Ich meine, aber nach Grönland fliegen ist das eine. Aber du musst ja auch irgendwo landen in Grönland, wo ja dann neuer Treibstoff ist. Also ja. Ja, es war ein Schuss ins Blaue. Also von daher muss man gucken. Aber egal, das kaufen wir jetzt einfach mal, weil irgendwie muss ja Carol halt rüberkommen. Und ich sage mal so, es hätte dümmere Wege gegeben. Ja. Wie findest du den Ash? Naiv. Unglaublich naiv. Das soll er aber glaube ich auch sein. Ja. Ja. Ich glaube, das soll er sehr wirklich sein. Der hat sich da halt irgendwie auf dieser Farm eingerichtet, was erstmal schon ganz cool ist. Ist in Trauer da irgendwie. Auch das kann man verstehen. Und ich fand es eigentlich ganz gut, dass Carol ihn mit dieser Meine-Tochter-Story kriegt. Weil man braucht ja irgendeine Motivation, dass er überhaupt Carol hilft. Und das fand ich eigentlich ganz schön dargestellt, dass er am Anfang irgendwie sagt, nee, auf gar keinen Fall helfe ich dir. So, du darfst hier mal pennen und kriegst irgendwie mal eine Suppe oder so. Aber dass sie dann eben diesen Schrein, aber dass sie dann eben diesen Schrein entdeckt und dann merkt, okay, der trauert selber um seinen Sohn. Das heißt, mit meiner Tochter-Story kriege ich den vielleicht. Das fand ich eigentlich ganz gut dargestellt. Ja, Carol ist halt schon eine Bitch, ne? Ja, das ist natürlich richtig übel. Ja, also diese Lüge ist richtig heftig. Ist halt schon ein richtiger Bitch-Woof, ne? Also so den armen Mann, der sich da zumindest halbwegs in der Apokalypse eingerichtet hat und dem es ja offensichtlich zumindest in Umständen entsprechend da ganz gut geht. Jetzt mal von seiner Trauer mal ab, aus seiner Komfortzone raus. Und da hätten wir schon wieder den einen Strich, unsere Helden kommen irgendwo hin und hinterlassen erstmal nur Chaos. Denn auch da war er ja relativ walkerfrei, bis sie wieder die Tür offengelassen hat. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, genau. Sie hat schon dessen Leben so ein Stück weit zerstört. Wobei, vielleicht hat sie ihm auch neue Hoffnungen gegeben. Das kann man ja irgendwie psychologisch nicht so richtig betrachten. Genau. Wir werden es sehen. Also, wir haben es geklärt. Sie fliegen rüber. Das heißt, dieser Absatz war ja jetzt auch ehrlich gesagt einfach nur Mittel zum Zweck. Wie fandest du die Entwicklung auf Mont Saint-Michel? Ich muss ja bei diesem Hohepriester immer so ein bisschen an diesen Bhakti-Typen kennen. Die denken, die sind Schwurbel-Virologen. Das war irgendwie so. Ja, tatsächlich. Der kam mir so irgendwie so ähnlich vor. Und da war ich ehrlich gesagt ein bisschen überrascht. Huch, in welche Richtung geht das denn auf einmal? Auch hier wieder finde ich, dass sie, also erstmal, in der ersten Folge habe ich es nicht so richtig verstanden. Das Problem ist natürlich auch, wir haben im Teaser die Screener zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen Dank an dieser Stelle. Aber die hatten keine Untertitel. Und das ist natürlich in der Serie, in der die... Norman Reedus vorkommt. Genau, erstmal mindestens zwei Drittel der Leute sprechen mit Akzent, weil sie halt eigentlich Franzosen sind oder zumindest Franzosen darstellen sollen, die dann mit Akzent sprechen. Und dann ist noch Norman Reedus dabei. Das ist natürlich wirklich schwierig, dann irgendwie zu verstehen, was die miteinander reden. Außer sie sprechen wirklich Französisch, dann war es zumindest auf Englisch. Dann hat man es besser verstanden. Ja, aber ich habe halt nicht so richtig verstanden, was jetzt eigentlich das Problem ist, warum da plötzlich eine Gruppe aufgewiegelt worden ist und sowas. Das habe ich erstmal nicht richtig verstanden. Dann fand ich aber als, ja, nennen wir sie weiterhin Ariel, als Ariel dann irgendwie mit Lausanne darüber gesprochen hat, dass diese Gruppe langsam die Hoffnung verliert. Das fand ich wiederum gut, weil ich irgendwie gedacht habe, okay, die Hoffnung lag voll in Laurent. Und als er angekommen ist, war es ja auch, habe ich echt am Ende der letzten Staffel so eine totale Erlösungssituation. Oh, jetzt ist Laurent endlich da und jetzt wird alles gut. Und dann ist halt Laurent da und es wird halt überhaupt nicht alles gut. Genau, richtig. Und da kann ich voll verstehen, dass diese religiöse Gemeinschaft dann irgendwie versucht, weiter religiöse Deutungen zu finden oder irgendwie Beweise sucht oder irgendwie. Also, dass die nicht lange abwarten können in dieser wirklichen Miss-Situation, in der sie da sind. Das kann ich eigentlich ganz gut verstehen. Deswegen fand ich das wiederum ganz gut. Ja, genau. Also, ich fand die Dynamik grundsätzlich auch in Ordnung, weil wir hatten ja eben festgestellt, was kann der jetzt eigentlich? Kann der überhaupt irgendwas oder ist das eine Projektionsfläche? Und klar, wenn halt, wir wissen ja auch gar nicht jetzt, wie viel Zeit eigentlich vergangen ist. Sagen wir mal ein paar Monate, ein halbes Jahr. Ja, kann sein. So was um den Dreh. Klar, irgendwann willst du halt dann vielleicht dann mal dein Wunder sehen, dein Serum, dein Antidot oder was auch immer. Irgendwas muss ja dann mal passieren, auf jeden Fall. Und warum das dann allerdings gleich auf die oberste Heeresleitung von Mont Saint-Michel backfeiern soll, nur weil jetzt der Laurent sich dann jetzt vielleicht als Luftnummer entpuppt. Und ja, kann man so sehen, muss man jetzt aber auch nicht so sehen. Kann ja sein, dass wir einfach nur den Laurent Lünchen zur Tagesordnung übergehen. Da fand ich eigentlich, wir werden nachher natürlich auf die nächsten Folgen noch eingehen, da fand ich es aber eigentlich ganz gut, dass Lausanne am Anfang ja gar nicht so sehr dahinter steht. Also das Böse kommt an dieser Stelle, beziehungsweise ja, das Böse, aber es motiviert Böse, kommt an dieser Stelle ja von dieser Ariel-Figur. Die würden wir jetzt einfach nur immer Ariel nennen können, weil wir wissen einfach nicht, wie sie heißt. Genau, weil Laurent Luzon sagt ja am Anfang so, ja, aber lass mal abwarten und lass mal gucken oder sowas. Und Ariel sagt, nee, das ist hier ein Problem. Wir verlieren alle langsam die Hoffnung. Ja, auf jeden Fall. Dann haben wir am Ende der Folge noch einen kurzen Auftritt von Madame Genet. Julia Louis-Dreyfus, genau. Die hat für mich immer so Julia-Dreyfus-Vibes, die vor allem bekannt ist aus der Fernserie Weep, by the way, sensationell, schaut euch Weep an. Wer Weep noch nicht gesehen hat, großartig. Und da kommt sie mir immer so, diese Vibes hat sie so ein bisschen. Und ich dachte schon, am Ende dieser Folge, ah nee, ernsthaft, ihr habt die jetzt in der ersten Staffel so aufgebaut, um sie dann in der ersten Folge der letzten, um sie in den letzten Minuten der ersten Folge dann einfach zu killen, weil ihr nicht wisst, was ihr mit ihr machen sollt. Das war so mein erster Impuls bei der ganzen Sache. War ja aber Gott sei Dank nicht so. War ja Gott sei Dank nicht so. Ich fand es auch eine interessante Entscheidung, dass sie überhaupt bei diesem Gefangentransport dabei ist. Weiß ich auch nicht unbedingt, ob das hätte sein müssen tatsächlich. Das Drehbuch wollte es. Ja, genau. Aber ja, aber warum wollte das Drehbuch das? Also damit Daryl sie nochmal sieht. Damit sie auf Daryl trifft, genau. Damit dem Zuschauer klar wird, guck mal, die ist auch noch da. Ja, also das hätte nicht sein müssen, glaube ich. Aber ich fand es eigentlich ganz schön. Dieser Vibe an Louis Dreyfus oder Louis Dreyfus, keine Ahnung. Julia Dreyfus. Genau, Julia Dreyfus. Der wird ja vor allen Dingen deswegen irgendwie wegen ihrer Marvel-Rolle so ein bisschen ausgestrahlt, die ja auch so ein bisschen so ist. Die sammelt ja in Marvel irgendwie Bösewichte zusammen, um dann nachher quasi eine Bösewichtstruppe. Die Thunderbolts, demnächst im Kino. Genau, die Thunderbolts zusammensetzen, ist ja nicht richtig Bösewicht, sondern so eine graue Heldentruppe. Suicide Squad im Marvel-Universum. Maybe, genau. Und da wirkt sie ja ähnlich. Ich finde, dass das eigentlich eine gute Figur ist und das am Ende dann so schön dargestellt worden ist, dass sie tatsächlich so völlig über Leichen geht. Also diese Folter-Szene mit Codron, da ist schon klar, okay, die macht halt keine Gefangenen. Die will halt wirklich wissen, was Phase ist. Und das wird ja nachher noch schlimmer, um jetzt schon mal einen Blick nach vorne zu werfen. Ja. Hüpfen wir in die zweite Folge. Da entspricht sich. Nee, die zweite. Ach so, okay. Wir haben uns ja gerade die erste. So, jetzt muss ich die gerade mal aufmachen. Genau. Da landen wir ja, haben wir diese kleine Grönland-Episode. Mhm. Ja. Da habe ich mich so gefragt, hat es das jetzt gebraucht? Also muss ich jetzt diese zwei durchgeknallten Wissenschaftlerinnen, die sich dann vom nächstbesten Mann begatten lassen wollen, brauchen die jetzt? Und vor allem, die sitzen dann da auf Grönland und warten dann genau auf die Situation, dass zufällig jemand, ein Kerl mit dem Flugzeug vorbeikommt? Oder haben die sich das erst in der Sekunde ausgedacht? Also das war mir, das war völlig unnötig, es war so völlig pointless und ja, weiß ich nicht, lass sie einfach landen an einem alten Flugplatz, auftanken und weiterfliegen. Also ich fand, ich habe den Sinn nicht verstanden, hat mich in keiner Weise weitergebracht. Und es war wieder nur so eine, wie wir es halt bei The Walking Dead schon so oft gesehen haben, im Grunde sind halt alle irgendwie evil und shady und durchgeknallt, egal auf wen man trifft. Ja. Außer Ash, der ist da naiv mit dem Flugzeug. Ja, genau. Und vielleicht sollte das nur ein Stück weit, also das ist vielleicht das, was wir mitnehmen aus Grönland, neben dem Benzin, dass Ash so seinen ersten Sündenfall hat. Der hat ja vorher offensichtlich noch nie einen Menschen getötet. Und jetzt hat er tatsächlich einen Menschen getötet, der auch sogar noch einen, also eigentlich ja überzeugt war davon, dass die Idee, die sie vorher hatte, bescheuert war. Also Hannah war ja eigentlich schon von Carol in Richtung gut gezogen worden. So, die hätte denen jetzt vielleicht sogar helfen können, irgendwie zu dritt können sie ja fliegen. Also ja, ist ein bisschen doof gelaufen insgesamt, aber vielleicht nehmen wir das aus Grönland mit. Ash hat jetzt auch seinen ersten Sündenfall und ansonsten, ja. Ich fand die Bilder aber ganz schön, also es war eine wirklich schöne Landschaft vor allen Dingen. Ja, das war wie überhaupt das ganze Visuelle in dieser Staffel wirklich sehr gut war. Muss man jetzt mal so durch die Bank weg sagen. Wenn wir gleich nach Paris kommen, auf jeden Fall, da war ich auf Walking Dead Niveau schwer beeindruckt, was sie da uns gezaubert haben. Da war kein Reh aus dem 3D-Katalog, was hinten durchgefallen ist. Nein, im Gegenteil, man hatte sogar teilweise irgendwie das Gefühl, wenn Carol da in Richtung Triumphbogen lief, dann habe ich gedacht, okay, wo steht die denn jetzt? Da hatte ich schon fast irgendwie das Bedürfnis, mal auf Google Maps zu gucken, wo das denn ungefähr sein könnte oder sowas, weil es auch wirklich realistisch aussah. Also ich meine, sie haben das natürlich alles Computer gebaut, aber es war gutes, gutes CGI. Absolut. Also es hat mir gut gefallen. Also sie landen dann auf dieser Rennbahn, die habe ich jetzt auf Google Maps nicht gefunden, aber dieses ikonische Gebäude ist ja La Défense, was zur Verlängerung zur Amarque de Triomphe ist. Und das passt schon so von den Dimensionen her. Also du läufst in der Tat darunter. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, das war wirklich ein überzeugendes Set mit überzeugenden virtuell erweiterten Welten. Das hat wirklich gut gepasst. Und für Walking Dead war ich da, sowas war ich bisher noch nicht gewohnt. Also da sah auch Dead City wesentlich schlechter aus. Also New York war nicht so überzeugend. Nee, da haben wir auch relativ wenig wiedererkannt tatsächlich irgendwie. Genau, das hätte irgendwie einfach nur so eine Großstadt sein können. Ja, wir haben ja dann in dieser zweiten Folge vor allem, das ist ja eigentlich das Zentrale, ist ja dann da dieser Stand-off mit Laurent und Daryl und den Verrätern aus dieser Mont-Saint-Michel-Truppe. Und da war ich halt, ich war zu diesem Zeitpunkt einfach immer noch so einen Ticken verwirrt, was soll ich sagen. Also ich war da so, ha, ihr kennt euch doch jetzt alle schon so ein halbes Jahr sicher, dass ihr euch jetzt erschießen wollt gegenseitig. Können wir das nicht irgendwie so mal miteinander reden? Es war jetzt ja nicht die Evil-Knievel-Fraktion von Genet oder so, die halt sofort ballern, sondern es waren ja eigentlich Leute, mit denen sie gerade eben noch pazifistisch fröhlich zusammengelebt haben. Ja, das ist mir tatsächlich auch aufgefallen und nicht zum letzten Mal aufgefallen in dieser Staffel. Erstens besteht diese Versammlung da auf Mont-Saint-Michel tatsächlich nicht nur aus einer friedlichen Gemeinde, sondern da sind ungefähr, keine Ahnung, 500 harte Kämpfer mit vielen Maschinenpistolen und sowas dabei. Okay, das werden wir im Laufe dieser Staffel noch merken. Und zweitens, ja, es ist irgendwie komisch. Also die ziehen da als gemeinsame Gruppe los und irgendwie sind total motiviert, sich gegenseitig zu retten und irgendwie auch in der letzten Folge noch einen Gefangenentransport zu machen mit sehr, sehr viel gefährlichen Einsatz und sowas. Und jetzt erschießen sie sich sofort bei der ersten Gelegenheit. War ein bisschen, ja, ein bisschen zu drastisch dargestellt, damit dieses, damit schnell klar wird, dass diese Gruppe tatsächlich, ja, zerrissen ist auf Basis ihrer, schwindenden Hoffnung. Vielleicht könnte man das so übersetzen. Das wollten sie uns, glaube ich, erzählen. Ja, wer aber schon im Grunde genommen voll Faschismus gegangen ist oder eigentlich ja fast ja schon voll CRM gegangen ist, so ein bisschen, ist ja Genet mit ihrer Truppe. Ja. Wie sie sich in Paris aufführt. Ja, genau. Also in Paris wirkt es ganz, ganz schlimm, aber da merkt man eben auch, wie, was Genets Idee ist, um tatsächlich alle Leute in Schach zu halten. Und das ist Terror. Also die wollen ganz klar irgendwie die, die Menschen, die sich nicht zu ihnen bekennen, wollen sie terrorisieren. Und das ist ja im Prinzip auch die gesamte Strategie, auch die, die wir in den nächsten Folgen noch sehen. Und da war die Folter-Szene von, wie heißt da, Quinn? Nee, nicht in der ersten Staffel gestorben. Genau, in der ersten Staffel. Genau, Contran. Die war schon, also für so eine Familienserie im Vorhabenprogramm. Gut, okay. Nein, also das war, war schon okay. Der hat ja dann sogar ihre, ihre, ihre rechte Hand, die hat ja dann sogar auch ein bisschen davor zurückgezuckt, was die gute Marion da macht. Aber okay, das war schon, war schon, hätte ich jetzt so nicht, also was heißt, hätte ich jetzt so nicht gedacht. Aber sie will es halt wissen und ja, wie du gerade eben gesagt hast, sie geht full Terror. Ja, genau, genau. Und am Anfang von Folge 3 sehen wir dann ja auch warum, um mal langsam in diese Überleitung zu gehen. Genau, dann geh mal in Folge 3. Ja, in Folge 3 erfahren wir nämlich als allererstes einen Rückblick von Marion und Veronique. Das sind eben die beiden, also die Madame Mère quasi, also Madame Genée und ihre beste Freundin. Die sind in einem Rückblick Hausmeisterinnen im Louvre und wollen gerade streiken wegen ihrer Arbeitsbedingungen, als die Apokalypse ausbricht. Marion muss aus der Pyramide dann selber ansehen, wie er Freund gefressen wird, quasi face to face, nur das Glas ist dazwischen. Und ja, dann sehen wir quasi den Schwenk nach heute. Carol trifft auf Marion in der Messe en Mère. Marion hat auch die Mona Lisa aus dem Louvre mitgenommen, weil braucht der eh niemand mehr. Und die haben sich da so ein bisschen eingerichtet und wir sehen dann auch, was die Freiwilligen, denen ja freie Kost und Logis quasi versprochen worden ist, bekommen. Nämlich, ja, hart zusammengerührten Linseneintopf. Das findet einer dieser Freiwilligen richtig mies und schmeißt dabei sein Tablett runter und sagt so zu einer der Bediensteten, ja, wisch das auf. Marion ist aber Working Class Hero und zwingt ihn dann vom Boden weiter zu essen. Und zwar einfach nur mit ihrer Autorität. Carol wird der Küche zugeteilt. Remy, den sie ja kennengelernt hatte, den stellen. Und dann beobachten sie aus einem Versteck Erschießungskommandos, bei denen mit den Toten experimentiert werden. Also hier sollen offensichtlich Zombiesoldaten erschaffen werden. Super Zombiesoldaten, könnte man sagen. Wir gehen zu Mont Saint-Michel. Da befreit sich Sylvie, um Laurent vor den Bissexperimenten zu retten. Bei ihrer Flucht vor Lausanne und den Wachen stirbt Sylvie aber, weil sie von der Mauer fällt. Isabelle und Daryl nähern sich. Währenddessen wird Laurent für den Test vorbereitet und bekommt ein leichtes Betäubungsmittel. Lausanne führt dann die Zeremonie durch, begrüßt auch so Pilger, die von überall herkommen. Laurent soll jetzt vom Sylvie-Zombie gebissen werden, weil Sylvie ist ja halt gerade da. Beziehungsweise gerade umgekommen. Daryl kommt rechtzeitig, um das zu verhindern. Und mit Isabelle und Falou rettet er Laurent vor der Zeremonie. Die Gruppe trennt sich auf der Flucht. Daryl kämpft sich durch erstaunlich viele Angreifer, wird am Ende aber festgenommen. Carol schmuggelt sich unter die Kellnerinnen und fragt alle nach Daryl, trifft da ausgerechnet auf Codron, der ihr verrät, dass Daryl zu einer Festung im Norden wollte. Rémy analysiert, dass das eigentlich nur Mont-Saint-Michel sein kann, also macht sich Carol auf nach Mont-Saint-Michel. So, Daryl wird in den Verließen von Mont-Saint-Michel von Lausanne belehrt und der sagte nochmal, ja, die Bewegung hängt natürlich auch an Laurents Erfolg. Wenn Laurent scheitert, ist die Bewegung hier am Ende. Deswegen brauchen sie jetzt Laurent. Daryl ist dann froh, dass sie ihn noch nicht gefunden haben, weil er weiß ja, was die mit dem machen würden. Carol klaut sich ein Pferd, um vom Maison-Mère von Marion Genet zu entkommen. Aber sie wird gefasst. Rémy hat sie nämlich verraten. Und Genet erklärt dann ihren Friedensplan, nämlich Super-Zombie-Soldaten, die eben für die Ordnung wieder sorgen können. Auch Carol erklärt Genet die gesamte Wahrheit mit, ich bin aus den USA gekommen, bin rübergeflogen und so weiter. Bis auf einen Punkt, sie erzählt, sie wolle Daryl töten. Damit verschafft sie sich dann auch einen Platz im Team Genet. Das war ganz schön schlau. Daryl wird weiter von den Leuten um Lausanne gefoltert. Genet und Carol fahren gemeinsam gegen Norden und kommen am Lupe vorbei. Laurent und Falou verstecken sich währenddessen in einer Höhle außerhalb von Mont Saint-Michel. Isabelle ist da aber nicht hingekommen. Sie wird stattdessen festgenommen und zu Daryl gebracht. Die beiden sprechen dann über ihre Vergangenheiten und über Träume und gestehen sich auch ihre Liebe. Also bei Daryl, so gut er sowas halt kann. Nausanne lässt Isabelle wegbringen, Daryl wird zurückgelassen und am Ende dieser Folge sehen wir dann Genet und Carol, die kommen auf ein Schlachtfeld. Dort werden Soldaten zu Super-Zombies gemacht, die dann Mont Saint-Michel stürmen sollen. So. Folge 4 noch weitermachen? Ja, genau. Okay. Die Armee steht vor Mont Saint-Michel, die Soldaten werden erschossen und anschließend bekommen sie die Injektion des Zombie-Serums. Carol schützt sich hinter dem dicken Typen, der keinen Linsen-Eintopf mochte und kann sich das Serum rechtzeitig wieder aus dem Arm ziehen. Das heißt, Carol ist die Einzige, die nicht zu einem Super-Soldaten-Zombie wird. Dann flüchtet sie mit einem Buggy, auf den hinten Codron gespannt ist und die Super-Zombies hinterher. Die Flucht endet in Mont Saint-Michel und es wird ein Gemetzel. Lazon versucht indes, Isabelle für seine Sache zu gewinnen. Sie werden dann von der Meldung des Angriffs gestört. Isabelle kann Lazon mit einer Scherbe verletzen. Der sticht ihr in den Unterleib und lässt sie liegen. Carol sneakt sich durch die Gassen. Isabelle schleppt sich nach draußen. Überall ist Kampf. Carol rettet Isabelle vor einem Zombie und dabei lernen sie sich dann kennen. Einer der Union of Hope befreit Daryl, der sich sofort durch eine Horde Wachen schnetzeln muss. Es gibt ein emotionales Wiedersehen mit Carol. Carol. Draußen kann Daryl dann die sterbende Isabelle aber nur noch im Arm halten. Und er verspricht ihr, sich um Laurent zu kümmern. Carol und Daryl flüchten von Mont Saint-Michel. Marion nimmt Lazon gefangen. In der Höhle, zu der sie dann kommen, sind weder Laurent noch Valou. Also geht Daryl auf die Suche. Und auf der Suche sprechen Carol und Daryl dann auch über ihre Erfahrungen der letzten Monate. Marion verhört Lazon. Der fleht, dass Marion Laurent in Ruhe lassen soll. Passiert aber nicht. Sie geht nämlich jetzt auch auf die Suche. Dann haben wir so ein bisschen Walk and Talk wie in The Walking Dead Szenen. In der Nacht folgen Daryl und Carol den Spuren zu einem Horrorhaus mit aufgespießten Zombies davor. Drinnen treffen sie auf ein nettes Ehepaar, die Valou und Laurent getroffen haben tatsächlich. Bei denen übernachten Carol und Daryl dann. Und am nächsten Morgen hilft Carol in der Küche, während Daryl nach einem zu reparierenden Auto guckt. Das ist alles jetzt nicht mehr so Horrorhaus wie in der Nacht noch. Carol wird für Isabelle gehalten. So erfährt sie dann auch ein paar Dinge über die Verbindung von Daryl und Isabelle. Mit einer Schubkache machen sie einen witzigen Zug durch die Gemeinde, um ein neues Auto zu finden. Sie erhalten Ersatzteile von einem freundlichen alten Nachbarn, reparieren damit ein Auto und Carol bekommt wieder Flashbacks vor einer Scheune und wird getröstet. Bei einem Zwischenfall bemerken die beiden dann, dass Genée und die Power of the Living auch von dem alten Ehepaar Schutzgüter abnehmen. Also irgendwie Kartoffeln oder sowas. Am nächsten Morgen wollen die beiden aufbrechen, werden dann aber noch zum Rührei mit Trüffel eingeladen. Dann nähern sich Autos, denn der Mann hat sie verraten. Für seinen Frieden. Die Frau widersetzt sich ihm aber und versteckt Daryl und Carol. Genée kommt rein, glaubt ihnen nicht, dass Daryl und Carol schon weg sind. Die Frau vergleicht Genée dann mit Nazis, dafür soll sie umgebracht werden. Carol verhindert das, wird aber bei der anschließenden Flucht von Genée gestellt. Bei der Konfrontation erschießt Daryl die Sicherheitsleute von Genée und Carol erschießt tatsächlich Genée mit einer Serumpistole. Genée verwandelt sich und stirbt qualvoll. In der Küche hatte sich allerdings zwischenzeitlich ein Drama abgespielt, die Frau wurde erschossen. Carol und Daryl helfen dem Mann, sie zu begraben, dann ziehen sie weiter. In Mont Saint-Michel wird Lazon befreit, denn nach Genées Tod soll er der neue Führer werden und The Power of the Living und The Union of Hope sollen sich vereinen. Denn er hat jetzt als einzige noch eine Zukunftsvision und dafür braucht er aber Laurent. Das ist das Ende der vierten Folge. Ich habe ja ganz kurz gedacht, dass Genée jetzt gleich noch ein Glas Milch trinkt. Warum? Warum Milch? Weil das halt voll die Hans-Lander-Szene war. Ach so. Als sie bei diesem Bauern-ihepaar war. Also natürlich Welten entfernt von der Inszenierungsqualität eines Quentin Daryl Tino. Aber schon eindeutig darauf angelegt. Und dann hätte ich mir gedacht, komm, dann lass sie doch noch ein Glas Milch bestellen. Ja. Ich fand, wie ich, mach mal Genée eben einmal in einem Rutsch durch, dann haben wir sie auch sozusagen abgehakt, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, ich habe vorhin schon gesagt, schade, dass sie sie so gekillt haben, als ich in der ersten Folge dachte, sie ist sie gekillt worden. Und ich hätte mir ehrlich gesagt, jetzt wo ich diese Backstory gesehen habe, da hätte ich mir ehrlich gesagt noch viel mehr von diesem Backstory-Ding von ihr gewünscht, beziehungsweise mehr noch so ein bisschen so eine Connection, weil das fand ich echt, das war cool, das hat mich überrascht, das habe ich so nicht kommen sehen. Ja, dass sie vorher einfach eine Putze im Luft war, sensationell, ja. Und da hätte ich eigentlich sozusagen ein bisschen mehr noch von ihren ganzen Führungs- Mitputzkräften-Facility-Manager, ist das ja heutzutage, hätte ich da ganz gerne noch gesehen. Das fand ich wirklich ganz, ganz cool. Nicht, dass ich jetzt nochmal aus ihrer Perspektive die Apokalypse sehen will, nee. Aber was hat sie sozusagen dazu gebracht, dann so zu werden? Und das hätte mich jetzt interessiert. Ja, und da ist natürlich auch so viel drin. Also jetzt als jemand, der Frankreich halt so gern mag, da ist auch so viel in diesen kleinen Andeutungen. Ja, wir lassen das nicht auf uns sitzen, wir machen jetzt hier Arbeitskampf, das ist so typisch französisch. Und wir gehen jetzt hier in die Résistance und sowas. Also das ist wirklich an dieser Stelle gut geschrieben, wie die Motivation von Marion Genet, finde ich total überzeugend. Und das dann auch, aber man kann dann natürlich auch irgendwie Parallelen zur heutigen Zeit setzen, dass sie dann irgendwann halt auch mit autoritären Strukturen irgendwie sympathisiert, damit es den jungen Arbeiterinnen besser geht irgendwo. Das ist vielleicht eine falsche Fährte, aber es ist auch irgendwo, ja, man kann es zumindest, man kann es zumindest Parallelen zur heutigen Zeit sehen. Ich finde das richtig gut geschrieben. Ich fand Genet allgemein richtig gut geschrieben. Umso überraschender war das, dass sie am Ende der vierten Staffel, vierten Folge plötzlich stirbt. Also das habe ich nicht kommen sehen. Nee, habe ich auch nicht kommen sehen und dann auch so qualvoll. Traue ich jetzt dieser Person zu, dass sie so ein Evil Empire macht, ah, ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt. Dann war mir das auch mit diesen Supersoldaten so, das ist so eine CRM-Nummer, ja, aber keine Marion Genet-Nummer. Das war für mich ein bisschen drüber. Ansonsten fand ich es schön, dass sie den Condron so Mad Max-mäßig auf das Auto gepackt haben. Das habe ich ehrlich gesagt nicht verstanden, warum sie das gemacht haben. Also ich kann mir das nur als Referenz zu Mad Max 2 oder auch Mad Max Freeload haben sie das auch, aber das ist dann die Referenz zu Mad Max, als halt diese marondierenden Horden ihrer Gefangenen, die werden halt dann vorne an die Autos dran gebunden und da halt dann zur Tode gefahren und so. Ich glaube ja tatsächlich, dass der Plan, der Plan kann ja eigentlich nur genau das gewesen sein, was dann Carol im Endeffekt gemacht hat. Nämlich mit diesem Auto und Caudron hinten drauf quasi die Superzombies in Richtung Mont Saint-Michel locken. Das ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit, dass das wirklich der Plan war. Ja. Oder? Ich bin davon ausgegangen, dass das der Plan war, ja. Ja, okay. Dann sind wir uns einig. Den Plan von Genée durchgeführt, das muss man auch schon mal sagen. Genau, dann sind wir uns einig. Den Plan habe ich ja verstanden und grundsätzlich, ich sage mal, das ist natürlich schon so ein bisschen auch mit dieser hochgeschlossenen Jacke. Da hat sie natürlich auch sich so, hat man ihr so einen kleinen Bond-Villen-Vibe verschafft. Das war so ein bisschen Dr. No. Da gibt es ja diese, als Dr. No ins Kino kam, war ein berühmtes Bild von, ich glaube es war ein Vermeer, gerade geklaut worden. Und in der Szene, wo Dr. No und Jace Bond dann zum ersten Mal aufeinandertreffen beim Abendessen, da steht halt dieser Vermeer dann im Hintergrund. Aha, schlau. Und der hat ja auch so einen ähnlichen Anzug an, so einen hochgeschlossenen, hochgeschlossenen Jackett, nur in einer anderen Farbe. Aber das war schon so, das ist schon so das klassische Evil-Bösewicht-Jackett. Und dann hängt man sich natürlich auch gerne dann noch irgendeine, eine, eine berühmte Kunstgeschichte oder so irgendwo hin. Also das war dann schon sehr spaßig. Ich finde, sie haben sich optisch auch irgendwie den besten Part von World Beyond hier geklaut, weil ich finde, dass sie auch sehr, sehr starke Elisabeth Koblek-Vibes hatte, also die Julia Ormond-Figur aus World Beyond. Diese, diese natürliche Autorität, die sie schafft auszustrahlen, einfach nur durch klare Ansagen irgendwie, das, das fand ich eigentlich auch gut dargestellt irgendwie, weil du hast am Anfang irgendwie das Gefühl, okay, jetzt kannst du gleich einen Arbeiteraufstand geben bei dieser Linsensuppe. Aber das schafft sie durch reine Autorität eben irgendwie im Keim zu ersticken. Das fand ich irgendwie schön dargestellt. Auf jeden Fall. Umso verwirrender lässt mich dann der Montsaint-Michel-Plan zurück. Ich, ich verstehe das Ding einfach nicht. I don't fucking get it. Das wirkte dann auch für mich, was diese Zeremonie angeht, wie so ein Harry-Potter-Fan-Film, aber einer aus der Grundschule. Ja, und also, ich verstehe das nicht. Ich, 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 ich verstehe es einfach nicht. Ich, 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 da hatte ich mir irgendwie, weiß ich nicht, keine Ahnung, eher so einen wissenschaftlichen Approach oder so, dass sie, die machen ja nicht mal Experimente mit ihm oder, oder nehmen sein Blut oder machen irgendwas, habe ich, äh, echt, habe ich das, habe ich das verpasst? Na, das soll, das soll ja das Experiment sein, also das Bissensperiment. Ja, gut, okay, dass er sich, dass er von, von Sylvie Walker gebissen wird, okay, gut, aber kann man es nicht vielleicht ein bisschen, hm, so, es muss ja nicht gleich so die All-or-Nothing-Karte sein. Ja, das ist ja das, das Problem, in das uns irgendwo Staffel 1 geführt hatte. Wir hatten ja total sympathisiert mit dieser Gruppe, weil wir auch verstanden haben, warum Laurent so eine Faszination ausübt, ne, aber im Endeffekt ist das ein Sekte. Und da, und da hat Staffel 1 im Endeffekt so ein bisschen ins Licht, hinters Licht geführt, weil wir die Sympathien natürlich dann irgendwo in Mont-Saint-Michel hatten und Lasant war da ja auch irgendwie am Ende da, der hat die begrüßt und da haben wir gedacht, okay, das ist jetzt wirklich eine schöne Gemeinschaft und sowas. Und da haben wir nicht gesehen, ja, das ist eine Gemeinschaft, die nur darauf wartet, dass ein Junge, in den sie irgendwas reinprojizieren, zu ihnen kommt und sie erlöst. Das ist eine Sekte. So, und das, was die hier machen, ist Original-Sekten-Thing, ne, also genau das, was eine Sekte halt machen würde, so, ne. Ja, genau. Was natürlich noch fehlt, ist, dass der Sektenboss A dann natürlich alle abzockt und drei oder vier Frauen gleichzeitig hat, ja. Es gibt so eine nette Podcast-Reihe, ich weiß gar nicht, ob es sie noch gibt, aber die kann ich euch nur empfehlen, zumindest, dass man mal so in ein paar Folgen reingehört. Die ist auf Spotify, die heißt, und jetzt muss ich gerade mal eben gucken, ich glaube, sie heißt sogar ganz stumpf Sekten und Kulte. Genau, im Namen des Bösen, die leidet ein bisschen darunter, dass sie nur mäßig aus dem Englischen übersetzt ist und dann Deutschen wieder vorgelesen wird, das hätte man sicher besser machen können, aber wenn man sich da mal sowas, weiß ich, über die Aum-Sekte oder den Ashram oder Heaven's Gate oder hier Jonestown und den ganzen Kram, die Manson Family, zwölf Stämme, egal was du nimmst, es gibt so ein verbindendes Element, ist immer Money and Sex. Also immer. Ja, genau, also ich meine, hier ist es natürlich ein bisschen anders, weil die auch in einer anderen Situation sind in dieser Post-Apokalypse, beziehungsweise in der Apokalypse werden wir immer entscheiden, ob das schon Post ist hier und die einfach Hoffnung brauchen, weil ansonsten können sie sich im Endeffekt, also wenn die, die sagen ja auch zwischendurch, wenn sie keine Hoffnung haben, dann können sie sich auch alle umbringen im Endeffekt. So, ja, aber, ja, ja, also man könnte hier tatsächlich Lausanne dann irgendwann als Sektenführer sehen, wobei er auch dazu gedrängt worden ist, ne, also diese, er hadert ja am Anfang immer noch da irgendwie mit, mit dieser Situation. Das habe ich mir aber nicht abgekauft, sorry. Nee, nee. Dafür lässt ja auch dann Daryl mehr oder weniger gleich ins Verlies schmeißen und so, also nee, nee, nee. Ja, hier mittlerweile ist voll drin, ne? Ist dann schon voll, voll, voll drin, ja. Apropos abkaufen, Liebesgeschichte, Laurent Carrière und, und Daryl. Nee, Laurent ist die Sohn, nein, Isabelle, Isabelle, mein Gott, die scheiß französischen Namen, ich bin der Zeilefrutsch, Isabelle, Isabelle und Liebesgeschichte, Isabelle und Daryl. Ja, ich, ja, ich habe ja auch in meiner Zusammenfassung schon gesagt, in Folge 2, ob das jetzt der richtige Moment für den ersten Kuss war zwischen Isabelle und Daryl da, als sie auf die Flut warten, um zu Monster Michel überzusetzen, weiß ich nicht. Oder haben sie auf Apple gewartet, weiß ich ja gar nicht. Ist egal. Eher auf die Apple läuft ja rüber, glaube ich. Ist egal, ja, wurscht. Sie warten halt eben. Genau, also auf jeden Fall, dieses Zwischending funktioniert nicht. Entweder haben sie Wasser, mit dem sie irgendwie mit dem Boot rüberfahren können oder sie haben komplette Apple, dass sie so drüber laufen können. Aber dazwischen ist halt schwierig. Ja, ich habe es nachher tatsächlich so ein bisschen gefühlt. Das Problem ist natürlich, dass Norman Reedus nicht in der Lage ist, in irgendeiner Weise Emotionen zu spielen. Also andere Emotionen als Wut. Die Isabelle-Darstellerin aber umso mehr. Also die ist natürlich auch viel, viel besser als Norman Reedus, muss ich jetzt mal ehrlich sagen. Ja, ja. War einige besser als der Standard-Cast. Ja, ich fand es okay tatsächlich. Ich fand es okay. Also es war jetzt nicht die super Love-Story, die ich sofort irgendwie gekauft hätte und wo ich sofort irgendwie, die ich sofort gefühlt hätte. Aber ich fand es okay. Was sagst du? Ach, ich hätte es halt einfach nicht gebraucht, sagen wir es mal so. Ja, das ist jetzt für mich einfach keine Serie und keine Story gewesen, wo ich jetzt unbedingt noch Daryl Love Interest dran pappen muss. Vor allem nicht, wenn seine beste und älteste Freundin, über die wir jetzt seit elf Jahren oder so die Beziehung mit Ups und Downs gesehen haben, wenn eigentlich das Wiedersehen von denen im Mittelpunkt stehen sollte. Und ehrlich gesagt war ich von dem Wiedersehen dann doch ein bisschen, ja, underwhelmed. Also das hat mich. Ja, ja. Und das hat mich irgendwie so, ach da hatte ich mich einfach, dass sie sich nicht nur zu, einfach nicht einfach nur zugenickt haben und gesagt haben, ach du auch hier, ja, 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 okay, Walker, okay, business as usual. Dann hätte ich es ja sogar im Comedy-mäßig wieder irgendwie so spielen können, aber so war es irgendwie nicht Fisch, nicht Fleisch und da war ich ein bisschen, ja, da hatte ich mir, ich weiß nicht, was ich erwartet hatte, aber ich hatte irgendwie was Emotionaleres erwartet, so, so ein bisschen irgendwie, ja, hab ich. Ja, ja, kann ich gut verstehen. Also ich hab auch in dem Moment gedacht, okay, das ist jetzt wirklich, die haben, ich meine, sie haben halt sehr, sehr viel Stress gehabt, das war wirklich keine gute Situation, um dann noch irgendwie so ein großes Wiedersehen zu inszenieren. Klar. Aber, ja, vielleicht hätte man auch eine Situation schaffen können, in denen sie minimal mehr Zeit haben, um mal kurz wirklich ihr Wiedersehen zu inszenieren. Es wird ja dann nachher ein bisschen nachgeholt, als sie dann durch die Lande laufen und nach nach Laurent und Falou suchen, aber da war der erste Moment halt weg. Also dementsprechend, ja, dieser Wiedersehensmoment, der hätte ein bisschen besser inszenierend werden können, ja, finde ich auch. Vor allem, weil wir ja halt eben wussten, dass es ja darauf hinausläuft, es war ja nicht so, dass plötzlich irgendwie Carol einfach da ist, also praktisch, wir folgen 100 Prozent Daryl, vielleicht mal mit einem Abstecher nach und zu Genée und plötzlich ist Carol da und dann sehen wir erst danach, wie sie eigentlich hergekommen ist, so hätte man es ja auch machen können, ja. Also, das hätte man ja genauso inszenieren können. Der findet irgendjemand mit einem Sack in den Kopf und zieht den Sack runter und, ja. Schöne Anmerkung, schöne Anmerkung. Ich glaube, dass viele The Walking Dead Staffeln und viele The Walking Dead Serien auch von den anderen das so gemacht hätten, dass sie dann irgendwie erst, also dass sie das Wiedersehen gezeigt hätten und dann, wie das alles passierte, sehen wir jetzt bald. Da finde ich ehrlich gesagt gut, dass sie es nicht gemacht haben, weil ich mochte das nie so, wenn die so sehr verschachtelt irgendwie erzählt haben, ja. Nee, weil sie es nicht können. Immer wenn Walking Dead halt clever sein wollte, ging es meistens in die Hose. Deswegen war ich ja von dieser Genée-Backstory auch so überrascht, weil die halt gut war. Ja, genau. Da fand ich aber ganz gut, dass es eigentlich nicht so viel war. Also manchmal finde ich es ganz schön, wenn sie in Andeutungen bleiben. Gut, wenn sie Genée jetzt hätten überleben lassen, dann hätten wir natürlich irgendwie noch mit kleineren Andeutungen irgendwie noch mehr erfahren können. Nö, nö, es war schon so okay. Ich mochte das beschauliche französische Dorf, das fand ich toll. Auch mit den Nachbarn und so. Das war echt witzig. Also, dass sie zwischendurch mal plötzlich so eine leichte Comedy-Passage reinbauen, das habe ich auch nicht kommen sehen irgendwie. Dass sie den in der Schubkarre wegfahren und er dann alle seine Nachbarn begrüßt, weil er das Dorf jetzt so eingerichtet hat, dass die halt weiter auf ihren Grundstücken rumlaufen dürfen. Auch wenn sie alle mittlerweile Zombies sind. Nett. Ja. Ja. Glaube ich auch, dass es irgendjemand machen würde. Ja, gerade in einem französischen Land. Ich meine, wer Frankreich so ein bisschen kennt, außerhalb von Paris, sagen wir vielleicht noch Lyon und Bordeaux, da ist halt nichts. Da schaue man halt in so ein kleines Dorf. Genau, der schaue einfach Louis und seine außerirdischen Kohlköpfe und dann weiß er, was da abgeht. Ja, also dementsprechend, das kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass das irgendwann so ist, dass da einzelne Dörfer sich irgendwie so ein Eigenleben bauen und ja, der war ja irgendwie gut drauf, der alte Mann. Und ich meine, er hat ja auch im Grunde genommen recht, wenn er sagt, Armeen kommen und gehen, aber ich bin halt immer hier. Ja, ja, genau. Beziehungsweise er hat, glaube ich, erzählt von seinem Vater mit dem Ersten und Zweiten Weltkrieg oder sowas. Dass er die dann verrät, ja, für die Ruhe, ja, okay, muss so ein bisschen für den Plot sein und auch hier hinterlassen wir halt mal wieder ein eigentlich friedliches Dorf in in Aufruhr und da wird Genée gekillt und ja, sie stirbt durch das, durch die Waffe, die sie geschaffen hat. Okay. Das war wirklich extrem grausam inszeniert, muss man auch ungewöhnlich so ein bisschen diese Verwandlung. Okay, dann ist sie halt weg. Hätte ich jetzt ehrlich gesagt gedacht, wir haben sie noch ein bisschen länger, aber da wir jetzt ja in den Folgen fünf und sechs das ganze Jahr ein bisschen zu Ende bringen müssen, musste sie halt eben irgendwie raus aus dem Plot und man hätte sie sicherlich auch später noch killen können, aber okay, dann haben sie es jetzt gemacht. Grundsätzlich habe ich mir nach der Halbzeit irgendwie gedacht so, irgendwie finde ich es nicht so schlecht, was ich sehe, aber was ist jetzt mit Laurent get on with the show, ich weiß immer noch nicht mehr. Also der eigentlich treibende Plotpunkt hat sich halt 0,0 weiterentwickelt. Das ist so. Die Frage ist, ob das schlecht ist, da können wir am Ende drüber diskutieren, aber ich würde auch mal, auch das ist eine Diskussion wahrscheinlich, die wir am Ende führen müssen, ich würde auch mal nach dieser vierten Folge das Wort antiklimatisch für die gesamte Staffel in den Mund nehmen und dann können wir vielleicht nach fünf und sechs nochmal genau darüber sprechen. Dann gehen wir doch mal zu fünf und sechs und dann machen wir mal unser Fazit. Ja, genau, also Folge fünf, Auto hat wieder aufgegeben, also müssen Daryl und Carol weiterlaufen. Laurent und Falou sind bei der Montmartre Community in Paris angekommen. Dort kommt auch Codron an und berichtet von den Geschehnissen von Montmartre Michel, kennt allerdings nicht die neuesten Entwicklungen da. Daryl und Carol kommen zur Pferderennbahn zurück, Ash ist da nicht auffindbar, kurze Zeit später sehen wir ihn aber irgendwo auf der Flucht vor Zombies in den Autoflüchten. Daryl und Carol sind dann auch am Montmartre angekommen. Laurent erhält die Nachricht, dass Isabel tot ist und hat dann ein intensives Gespräch mit Daryl, wünscht sich so ein neues Leben mit Fahrradfahren und so weiter. Und Daryl gibt ihm so ein bisschen die Aussicht, dass er das ja vielleicht in den USA bekommen könnte. Carol bestaunt das Leben, dass sich die Gruppe Montmartre aufgebaut hat. Falou macht ihnen klar, dass sie wieder ins Demimonde müssen, um von Anna Valéry, die wir aus der ersten Staffel kennen, neue Infos zu bekommen, denn sie suchen jetzt nach Ash, um mit ihm wieder in die USA zu kommen. Sie wissen ja, dass sie hier nicht sicher sind. Im Demimonde lässt sich die Union jetzt nieder, äh, nee, lässt sich die Power of the Living jetzt nieder. Die Mona Lisa wird auch angebracht, ist aber immer noch ein neutraler Ort. Daryl und Carol stoßen auf Loot von Ashs Flugzeug. Das stammt offensichtlich aus dem Maison-Mère von Marion. Laurent und Caudron haben ein intensives Gespräch über Hoffnung und Glauben. Das wird allerdings vom Überfall L'Azons und Ariel auf den Montmartre gestört. Er fordert die Herausgabe Laurents. Falou lenkt L'Azons ab, sodass Laurent und Caudron verschwinden können. Daryl und Carol dringen währenddessen in das verlassene Maison-Mère ein, weil da haben sie halt die Spur Ashs hinverfolgt. Dort stoßen sie dann tatsächlich auf dieses Fahrzeug, in das sich Ash gerettet hat. Sie schaffen es auch hinein, befinden sich dann aber eigentlich in derselben dummen Situation, der sich Ash vorher befunden hat. Daryl macht mit Zombieserum aus dem Schiebedach heraus zwei Zombies zu Super-Zombies, die dann ihre eingeschränkten Artgenossen zerrupfen und die dann jeweils nur noch gekillt werden müssen. Das ist vielleicht doch kein so doofer Plan mit den Super-Zombies. Daryl, Carol und Ash ziehen dann zurück zur Rennbahn. Daryl ist skeptisch wegen des Flugzeugs, will es aber auf den Versuch ankommen lassen. Er kehrt zum Demimont zurück, wohin sich Laurent und Caudron gerettet haben. Daryl erbittet von Anna neues Benzin für das Flugzeug. Währenddessen arbeitet Carol am Flugzeug und bedauert, dass sie Ash mit Lügen in diese Situation gebracht hat. Sie beichtet es ihm auch und er reagiert mal gar nicht so verständnisvoll. Der rastet ziemlich aus und stürmt davon. Lazon und Ariel überfallen das Demimont. Daryl kann mit Laurent und Caudron durch die Katakomben flüchten. Daryl versteckt Laurent, sehr schlecht allerdings, in einem Schrein und konfrontiert ihn, konfrontiert mit Caudron, Lazon und seine Schergen im Stealth-Mode. Es kommt schließlich zum Showdown, an dessen Ende Daryl Lazon tötet und Caudron, der gegen Ariel gekämpft hat, die beiden verletzt herausgeführt. Ariel lebt aber am Ende noch. Zurück am Flugzeug ist Ash immer noch sauer, aber Laurent interessiert ihn auch ein bisschen. Er macht ihnen aber klar, dass ein Rückflug in die USA mit diesem Flugzeug unmöglich sein wird, zumindest mit vier Personen. Das wird nur mit drei gehen. Daryl und Laurent spielen am Anfang der sechsten Folge dann Gitarre. You can't always get what you want. Carol spricht mit Ash und sagt ihm, er soll Daryl und Laurent mitnehmen. Die Gruppe um Caudron ist mit Pferden unterwegs, sie machen halt in der Psychiatrie. Dort werden sie aber von verbliebenen Soldaten der Power of the Living rund um Veronique, also die Freundin von Marion, überfallen. Sie können sie überwältigen, wissen aber jetzt, dass sie nach dem Flugzeug suchen. Caudron möchte dementsprechend die am Flugzeug warnen gehen. Ash und Daryl nähern sich so ein bisschen an. Und Daryl überzeugt Ash tatsächlich, dass Carol und Laurent mit ihm fliegen sollen. Anna vom Demi-Monde wird in Paris von Ariel überfallen, die die Katakonten überlebt hat. Auch sie sucht nach dem Flugzeug. Anna macht einen Deal mit ihr. Wenn sie den Ort finden, bekommt Anna das Flugzeug und die Union of Hope bekommt Laurent. Ash ist mittlerweile überzeugt, dass er Daryl und Laurent mitnimmt. Dann kommen Caudron und Falou, um sie zu warnen. Sie beeilen sich, das Flugzeug fertig zu machen. Kurz danach kommt Anna, die Union und die Power of the Living beim Racetrack an. Anna führt sie in Richtung improvisiertem Hangar, zögert aber immer wieder. Dann werden sie von Zombies überfallen, Anna stirbt und Ariel wird gebissen. Draußen wird das Flugzeug gestartet, sie müssen aber noch einmal für Reparaturen anhalten. Dann kommen die Angreifer und es beginnt eine große Schlacht und ein Wettlauf. Am Ende startet das Flugzeug mit Sniper-Unterstützung von Daryl und der kurz vor dem Abheben tatsächlich abgesprungenen Carol fliegt Ash jetzt mit Laurent davon. Ariel bringt sich daraufhin um, Union of Hope heilt jetzt ohne Hope. Daryl zieht mit Caudron, Carol, Falou und Akira, das ist jetzt die neue Freundin von Falou, zu einem Landgut, wo sie auf zwei Guides treffen, die sie nach England bringen sollen. Abends küssen sich Akira und Falou, Caudron und Daryl sprechen sich aus, Caudron erfährt, dass Daryl seinen Bruder gar nicht getötet hat und all seine Taten so ein bisschen sinnlos waren. Carol denkt schon wieder über Sophia nach und Daryl tröstet sie. Am nächsten Tag geht es dann zur Küste nach Calais, sie wollen durch den Eurotunnel laufen, um nach England zu kommen. Falou bleibt bei Akira, um nach ihrer Schwester Jamila zu suchen. Also ist die Gruppe noch kleiner geworden. Mitten im Tunnel treffen sie auf einen Checkpoint, in dem sich die Soldaten alle gegenseitig getötet haben und bioluminisierende Pilze und Guano vorfinden. Sie leiden unter den Umweltbedingungen und werden von verseuchten Walkern angegriffen. Dann verlieren sie völlig die Kontrolle. Caudron geht doch wieder auf Daryl los. Und Carol wird von einem Sophia-Zombie in eine Falle gelockt und sieht sich dann im Endeffekt selbst und muss sich selbst bekämpfen. Daryl versucht aus dem Tunnel zu entkommen, wird aber von den ehemaligen Führern niedergeschlagen. Carol sieht plötzlich die lebendige Sophia und umarmt sie. Daryl sieht Isabel und wird dadurch gerade noch geweckt, um die beiden Briten dann doch zu überwinden und ihre Gasmasken zu nutzen, um auch Carol zu retten, die gerade irgendwie doch zurückkommt. Die beiden ziehen in Richtung England. Und das war's. Und das war's. Ja. Also, bevor wir diese Ereignisse im Euro-Tunnel besprechen, die ja teilweise vielleicht sogar noch mal ganz ein Podcast wert wären. Ja. Was soll ich sagen? Also, meine... 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 Das ist schwierig. Also, dass wir mit Laurent keinen Schritt weiter sind, kotzt mich schon irgendwie einfach an. Das hat mich so... Die ganze Staffel warte ich irgendwie drauf, dass da jetzt irgendwie mal so wenigstens ein kleiner Baustein kommt. Aber nein, da passiert irgendwie nichts. Dass er dann am Ende in die USA fliegt, okay. Mutmaßlich. Aber ich hab dann... Mutmaßlich. Ja, mutmaßlich. Genau, mutmaßlich. Aber warum? Also, es ist ja nicht so... Weißt du, mir fehlt mit Laurent fehlt mir so dieses klare Ziel. Kann mal irgendjemand einfach mal den Blut abzapfen und das mal untersuchen und mal gucken, ob das irgendwie anders ist. Damit ich mal weiß, was ich jetzt mit diesem blöden Kind anfangen soll. Es wird ja uns auch... Also, ich hatte... Wo war das? War das in World Beyond? Und wo haben wir diese... Die Hinweise oder die Andeutung gesehen, dass der Zombie-Virus in Frankreich ausgebrochen ist. War das in World Beyond? Ich glaube schon, ja. Ja, so. Ich dachte ja, dass man jetzt nach Frankreich geht, führt uns irgendwie auch ein bisschen auf diese Story hinaus. Aber da wird ja gar nichts mehr mitgemacht. Das wird ja nicht mal erwähnt. Zumindest kann ich mich nicht mehr daran erinnern. Wenn, dann höchstens in der ersten Staffel mal irgendwie. Aber da kann ich mich jetzt gar nicht mehr dran erinnern. Und da habe ich eigentlich die ganze Zeit gedacht, dass da jetzt mal irgendwie so ein bisschen was kommt. Dass sie da halt so dieses Waffenlabor finden oder was auch immer es gewesen ist. Und dann von mir aus der Laurent dann irgendwie Macrons Klon ist oder keine Ahnung was, ja. Aber dass halt irgendwie jetzt mit diesem blöden Kind was passiert. Oder, ich meine, das fände ich zwar doof, dann lass ihn halt Wunder wirken. Das fände ich zwar in diesem Universum jetzt doof, wenn man jetzt so diesen übernatürlichen Touch da reinbringt. Aber Hauptsache, ihr macht mal irgendwas mit diesem Kind. Und ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, also ich mochte diese zweite Staffel, so um kurz mal mein erstes kleines Fazit schon zu bringen. Aber dass mit Laurent nichts gemacht wird, das geht mir jetzt schon ein bisschen auf den Keks. Weil, und dann bin ich fertig mit meinen Ausführungen, weil ich da einfach den Walking Dead-Machern nicht mehr ganz über den Weg traue. Siehe World Beyond, wo ich auch viele Hoffnungen reingesetzt habe. Siehe CRM, wo am Ende halt überall nichts draus gemacht wurde. Die Sache mit Laurent sehe ich tatsächlich vollständig anders. Das mag aber auch tatsächlich so ein bisschen mein Background als Theologe sein. Ich finde einfach, dass Laurent eine so genial geschriebene Projektionsfläche für alles Mögliche ist, dass ich es echt schade gefunden habe, wenn diese Projektionsfläche tatsächlich so ein bisschen entzaubert wird. Also der ist so eine klassische Prophetiefigur. Also irgendwie, der ist absolute Hoffnung. Der ist die personifizierte Hoffnung. Alle Leute, die auf dem Treffen merken, dass der unglaublich charismatisch ist, dass der unglaublich gebildet ist, dass der sie alle irgendwie weiterbringt, dass er ihnen allen irgendwie Hoffnungsschutz gibt. Aber gleichzeitig weiß keiner so richtig, warum. Und ich finde es so schön, dass sie eben nicht hier irgendwie eine Lösung aus Laurent rausziehen, also eine konkrete, sondern quasi sagen, ja, der könnte die Lösung sein, aber wir wissen halt auch nicht genau, warum. Und das mag ich so, dass die das offen lassen. Also das, ehrlich gesagt, hätte ich The Walking Dead sogar zugetraut, dass sie es eher wieder auf irgendwas Basales irgendwie runterbrechen. Keine Ahnung, dass er irgendwie das richtige Blut hat und jetzt im Endeffekt tatsächlich die Lösung ist. Aber was hätte das dann für eine Story ergeben? Dass sie dann sein Blut überall hinbringen müssen? Ja, hätte man vielleicht erzählen können, aber das hätte ich The Walking Dead, glaube ich, dann wäre es ein bisschen stumpfer geworden. So, finde ich, bleibt es irgendwie, es bleibt, ja, es bleibt mit Andeutungen. Und das mag ich eigentlich, weil jetzt wirklich jeder weiterhin alles in Laurent reinprojizieren kann. Und wir wissen aus der Serie nichts, dass uns diese Projektion kaputt machen kann. Das finde ich eigentlich einen schönen Move erzählerisch. Ich verstehe den Punkt völlig. Ich kann da auch grundsätzlich mitgehen zu dem, was du sagst. Mein Problem ist halt einfach, dass ich das als zu viel Porzellan zerdeppert wurde, als dass ich denen noch traue, dass sie da irgendwas Cleveres draus machen. Und ich gebe ja auch zu, dass das jetzt das Heilblut ist, wäre natürlich so die naheliegendste und auch die simpelste und play it safe und auch vielleicht auch die langweiligste Idee. Ja, been there, done that, alles gut, bin ich ja grundsätzlich bei dir. Und ich fände es auch cool, wenn man das vielleicht noch ein bisschen offen lässt. Aber ich bin einfach skeptisch, dass da halt nochmal ein Payoff kommt. Weil, stell dir mal vor, das wird jetzt nicht weiter fortgesetzt. Dann war das halt so völlig, völlig sinnlos. Und dann hat man auch gar keinen, und dann wirft man halt eben noch diese Implikation rein, dass das Ganze in Frankreich angefangen hat und da wird gar nichts mitgemacht. Und all dieses zusammen lässt mich halt so skeptisch sein. Ja, und ja, da habe ich einfach in letzter Zeit auch nicht nur jetzt bei The Walking Dead, ja schon so lange nicht mehr, aber auch in anderen Serien halt einfach zu viel von diesem Mystery-Boxen gesehen, die da niemals oder im Zweifel einfach rotten schlecht in der letzten zehn Minuten der letzten Folge aufgelöst wurden. Und ich habe vorher aber 20 Stunden investiert. Deswegen hoffe ich, dass es gar nicht gemacht wird. Deswegen hoffe ich, dass es auch in der nächsten Staffel, Also ich hoffe erstmal, dass Laurent weiter vorkommt. Das wäre natürlich schade, denn sie ihn einfach hier aus der Landes gebracht hätten. Und Daryl und Carol verfolgen wir weiter, unabhängig davon, wo die hingehen. Da müssen wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich hoffe auch, dass er weiter thematisiert wird. Aber ich hoffe auch nicht, dass es aufgelöst wird. Ich hoffe, dass Laurent weiterhin irgendwie ständig Leute dazu bringt, ihr Leben zu hinterfragen, wie zum Beispiel Codron, den ich einen wichtigen Punkt dieser Staffel finde. Das hätte ich in der letzten Staffel niemals gedacht. Aber dass Laurent weiterhin eben auch nicht entzaubert wird, dass da nicht irgendwie klargemacht wird, warum der so inspirierend ist oder sowas, sondern dass er das einfach ist und ganz viele Leute verändert. Das möchte ich weiterhin sehen. Und ich stimme dir zu, also wenn man irgendwie Mysteryboxen aufmacht, manchmal ist es besser, sie nicht zu schließen. Oder ich weiß nicht, wie das Bild weitergeht, aber manchmal ist es besser, das nicht aufzulösen, sondern manchmal ist es besser, irgendwie das offen zu lassen. Und wenn die Mysterybox nämlich aufgelöst wird, dann landen wir irgendwie bei 10-minütigen Erklärungen, die einfach zu, ja, das ist zu albern. Das funktioniert nicht. Dann kriegst du ganz oft nichts erzählt. Das ist ein bisschen so wie bei Lost. Hätten sie die letzte Folge nicht gemacht, hätte die Serie besser funktioniert. Ja, aber trotzdem, also dann ticken wir da vielleicht anders. Ich will dann am Ende, will ich dann schon nochmal irgendwie eine Auflösung oder einen Gag haben, ja. Nur der muss halt gut sein und der muss halt auch funktionieren. Und der darf dich dann als Zuschauer halt auch nicht irgendwie, du darfst dir als Zuschauer dann halt auch nicht verarscht vorkommen. Also wenn zum Beispiel bei, was war das, war das PK, glaube ich, wo sie auf einmal dieses Wundergerät haben. Was ist das? Ein Gerät, was macht es? Wünsch dir einfach, was du willst und es kann alles reparieren. Okay. Ja. So, nein. Deswegen gucke ich mir keine komplette Staffel an. Dann fühle ich mich halt verarscht, wenn das die Drehbuchlösung für dieses Problem ist. Wenn es clever gemacht ist, dann ist es ja in Ordnung. So, und hier habe ich einfach, ich bin einfach nur ein bisschen grundskeptisch. Von mir aus, wenn am Ende die Auflösung geil ist, zieh die Laurent-Nummer, lass den als Messias durch die ganze USA sausen. Haken dran, ja. Da hätte ich auch ganz viele geile Geschichten, weil was wir in Walking Dead ehrlich gesagt schon lange nicht mehr, also ich kann mich gar nicht so wirklich daran erinnern, hatten wir eigentlich bei The Walking Dead schon mal einen längeren Story-Ark mit so irgendwelchen fundamentalen Bibelchristen oder so ein Kratsch? Ja, ja, hatten wir. Wir hatten zum Beispiel diese Supersoldaten, die Supersoldaten, die da irgendwie auch eine Sekte hatten oder sowas. Ja, ja, okay, gut. Okay, das hatten wir schon mal. Das hätte man ja mal durch den Bible Belt ziehen lassen können. Aber... Ich glaube ja nicht, dass er in den USA landet, um das mal sofort zu sagen. Okay, was ist deine Vermutung, was sie damit jetzt machen? Ja, jetzt muss man natürlich ein bisschen Andeutungswissen über die nächste Staffel andeuten. Da kommen wir auch gleich zu, wenn wir mal über diesen Eurotunnel sprechen. Ich verstehe diese Eurotunnel-Nummer nicht, aber da müssen wir intensiver drüber sprechen. Die nächste Staffel soll in Spanien spielen und ich glaube, dass sie da landen. Also, dass dieses Flugzeug es nicht über den Atlantik schafft, sondern tatsächlich relativ schnell irgendwie abdrehen muss und dann vielleicht in Spanien landet. Okay, ja gut. Dann schauen wir mal, wo in uns das führt. Ich meine, Spanien wäre ja dann auch wieder landschaftlich mal wieder ein bisschen was Neues. Also, warum nicht? Dann kriegt der Ami auch mal ein bisschen europäische Bildung. Schade ja auch nicht. Vorhin, als ich den Cast noch mal kurz durchgelesen habe, ist mir ja wieder ins Gedächtnis gekommen, dass ja Carol eigentlich einen französischen Nachnamen, Pelletier, hat. Und da haben sie auch gar nichts mitgemacht, ne? So, irgendwie, keine Ahnung, so einen kleinen Gag oder sowas. Ach, guck mal, du heißt auch Pelletier. Ist das vielleicht dein Onkel gewesen oder so? Da haben sie gar nichts mitgemacht. Ist ihm wahrscheinlich gar nicht bewusst gewesen. Ich fand es toll, dass ich Anna noch mal gesehen hatte. Und was ich auch sehr, sehr, sehr spaßig fand, ist, das hat Melissa McBride entweder wirklich aus persönlichen Empfinden oder dann hat sie es ganz gut gespielt. Ich habe hier so die brüde Amerikanerin, die jetzt auf so einer kinky Sex-Positive-Party ist, die ja zugegebenermaßen sehr harmlos dargestellt wurde. Aber man hat ungefähr erahnt, wohin die Nummer geht. Da lief sie schon sehr angewidert durch. Das fand ich sehr spaßig. Ja, 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 genau. Aber ich fand das Demi Mont auch diesmal wirklich besser dargestellt als in der letzten Staffel, wo ich so ein bisschen damit gehadert habe. Ich habe nicht so richtig verstanden, warum die Mona Lisa da jetzt hingebracht wird, weil eigentlich ein neutraler Ort und jetzt installiert da die Power of the People, installieren da irgendwie ihre Kunstwerke. Aber anyway, trotzdem war es eben neutral und ich fand es dann auch schön, dass wir tatsächlich ja Originalszenen aus den Katakomben von Paris haben. Also wenn wir da mal durchgehen, da kann man ja durchgehen, da kann man eine Führung durchmachen. Und dann sieht man diese ganzen Köpfe, die da, also die ganzen Skelette und sowas, die da, genau, die Gebeine, die da alle untergebracht sind. Das ist schon ein gruseliger Ort und es war wirklich da gedreht worden. Das finde ich wirklich toll. Ja, mich hat das so ein bisschen an erinnert, als sie die Mona Lisa so aufgehängt haben und nebendran hängt doch, glaube ich, ist das so ein Lukas-Kranach-Altar oder so, irgendwie so ein Ding. Das war auch ein bekanntes Bild. Das hatte irgendwie so, ja, Jabba hängt halt seine Trophäen an die Wand. Ja, ja, aber warum Demi-Mond? Because she can. Also sie sollte ja in diesen zwei Folgen jetzt halt noch so ein bisschen als evil-Unterwelt-Pate da so dargestellt werden. Hat jetzt nur so semi-funktioniert, aber okay. Wer, Veronique? Anna, okay, ja. Aber Anna hat, das waren doch nicht Annas Kunstwerke, das waren doch die Kunstwerke von The Power of the People. Ja, aber die, weil jetzt halt Genée nicht mehr da ist, hat sie das halt jetzt, so dachte ich, so hatte ich das verstanden. Aber warum wird sie dann später von Ariel, also... Ja, Ariel ist ja Mont Saint-Michel, das ist ja die andere Fraktion. Also von daher, so hatte ich das jetzt gedeutet. Naja, okay. Die Genée-Nummer ist jetzt weg und jetzt ist die Kalif anstelle des Kalifen und ja. Ja, ist halt das Problem, dass dann irgendwann alle diese Gruppen zusammenfallen im Endeffekt und Anna irgendwie noch die Hoffnung kurz sieht, dass sie auch das Flugzeug bekommt, um dann irgendwie in eine bessere Zukunft zu fliegen oder sowas. Ja. Genau. Du hast vorhin den Dings angesprochen, den Condron angesprochen und seine Wandlung. Ja, fand ich gut. In der Tat war seit langem mal wieder ein nachvollziehbarer Story-Arc, wo ich sage, ja, okay, lass uns mal bei dem bleiben, da könnte man was Gutes mitmachen. Ja, genau. Und auch hier tatsächlich, der hat ja seine Wandlung quasi in Staffel 1 angefangen, weil er mit Laurent gesprochen hat. Ja. Und so fasziniert von Laurent war und jetzt quasi ist die Wandlung irgendwann abgeschlossen gewesen, weil er dann auch wieder mit Laurent gesprochen hat. Also auch hier wieder Laurent mit der Sondersituation da auch in dieser wunderschön dargestellten, das möchte ich nochmal erwähnen, diese wunderschön dargestellte Community da am Montmartre. Das finde ich wirklich genial. Also auch ein genialer Ort, wenn man da schon mal war, da auf Sacré-Cœur oder sowas. Das kann man, da kann man ja in jede Richtung eigentlich das ganz gut verteidigen. Das heißt, es ist wirklich auch ein guter Ort, sich eine Community aufzubauen und dann dieser riesige Blick über Paris von da aus und die Community, die damit hochbetend irgendwie schafft, sich Gemüse anzubauen oder sowas. Also das fand ich richtig gut gemacht. Und das war ja dann auch im Grunde genommen eine von diesen schön umgesetzten Ideen, die mal was anderes waren. Erinnerst du dich noch an Dead City, wo wir auch gesagt haben, ja, dann zeig uns doch mal so eine Community, die sich von Dach zu Dach hangelt. Ja, genau. Da hat man sich so in Andeutung gesehen. Also das war, das war wirklich ganz cool. Ja, ansonsten war, du hast gerade eben so ein bisschen antiklimaktisch gesagt, ja, nachdem eigentlich die Story in Anführungszeichen zu Ende war, Laurent und Esch entfliegen in den Sonnenuntergang, ging es und dann habe ich irgendwie Pause gemacht, weil ich was zu trinken geholt habe und merke so, ach, das geht ja noch eine halbe Stunde. Ja, genau. Also man kann erst mal denken, vielleicht war Staffel 4 sogar der Klimax, wo dann auch im Endeffekt Power of the Living mehr oder weniger auseinanderbricht, weil Genée stirbt. Ja. Und wir da ja auch wirklich viele Kämpfe haben. Wir haben den Kampf mit Mont Saint-Michel, wir haben den Kampf auf diesem Landgut, wir haben den Tod Genées. Das ist alles in Folge 4. Und dann kommen ja noch zwei Folgen. Ja. Gut, dann habe ich erst mal gecheckt, okay, sie versuchen uns jetzt noch klarzumachen, wie Laurent irgendwie von den Leuten, die sie verfolgen, gerettet werden. Auch das finde ich noch ein guter Appendix, aber im Prinzip auch schon nicht mehr wieder der Klimax. Gut, sie haben dann versucht irgendwie noch diese Schlacht am Ende an diesem Flugzeughanga, beziehungsweise an der Rennbahn zu inszenieren, die ja auch ganz gut gemacht war irgendwie, dann mit Daryl, der nochmal seine Sniper-Skills auspacken muss, dass Carol dann noch kurz vorher rausspringt. Und das habe ich auch nicht kommen sehen. Ja, ja. Weil sie uns jetzt nicht nochmal eine getrennte Staffel antun wollten. Ja, genau. Ist vielleicht günstiger, wenn die beiden Schauspieler an einem Ort sind oder so. Aber dann habe ich halt gedacht, jetzt ist die Staffel zu Ende. Und dann geht es plötzlich los. Und ich habe gedacht, okay, was erzählt ihr uns denn jetzt noch? Dann kommt plötzlich diese Akira rein. Die zwei Schotten, ja. Die mit Falou. Nee, erst mal die Akira, die mit Falou anbände. Wo kamen die denn überhaupt her? Und dann kamen diese beiden Schotten oder Valisa oder war Schotten? Ich würde sagen Schotten, ja. Die dann irgendwie sie als Führer begleiten. Und ich denke so, okay, warum gehen wir denn jetzt zum Eurotunnel? Und vor allen Dingen hatte ich ja vorher gelesen, die dritte Staffel spielt in Spanien. Und ich denke so, hä? Aber warum? Ja, Bailand oder Madrid, Hauptstadt Italien, ja. Aber ich fand es eigentlich ganz schön, zum Eurotunnel zu kommen. Nur habe ich halt überhaupt nicht verstanden, wo das im Pacing der Staffel jetzt irgendwie die Rolle spielen sollte. Und dass wir im Tunnel dann auch noch, also ich habe jetzt irgendwie gedacht, sie gehen in diesen Tunnel rein und dann ist die Staffel zu Ende. Genau. Aber dann geht es ja noch mal weiter. Ja, und plötzlich hast du diese Haar, haben sie alle diese Haarlos, ja. Wo man dann auch schon ganz weit in sein Walking Dead-Wissen zurückgehen muss, um das dann noch mal alles rauszugehen. Und dass dann Daryl sein, war das sein Onkel, der beim D-Day war? Oder sein Opa? Dass er den dann sieht? Keine Ahnung, den kannte ich gar nicht. Ja, und sowas. Also es waren halt auch wirklich komische Flashbacks. Ich meine, optisch war das ja ganz nett mit diesen luminizierenden Walkern. Okay, aber ja, das wäre ein Auftakt für die nächste Staffel gewesen. Dann fang doch damit an, anstatt das jetzt am Ende da noch so reinzukrampen. Ja, habe ich jetzt nicht gebraucht. Dafür fand ich die zwei Schotten auch eigentlich viel zu lustig. Ich dachte, die sehen wir jetzt noch ein bisschen weiter, weil Schotten im Fernsehen gehen halt immer. Verstehst du die denn? Ja, inzwischen habe ich mich daran gewöhnt, ja. Ich war vor zwei Jahren, waren wir 14 Tage in Schottland und ich war überrascht, wie gut das ging. Das ist Punkt, ja. Also es war wirklich... Ich hätte hier wirklich Untertitel gebraucht. Ich habe wenig verstanden von dem, was du gesagt hast. Norman Reed, das finde ich schlimmer. Also Norman Reed, das finde ich wirklich schlimmer. Die Schotten, das ging. Nachdem ich einfach, ach okay, gut, Schotten, dann kann ich mich einhören. Und dann, ja, also Norman Reed, das war wirklich... Also es hat mich auch ein bisschen so... Weil man ist auch etwas ermüdet von den ganzen Kämpfen, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Du hast ja in jeder Folge fast, ehrlich gesagt, ein bisschen Action gehabt. Es war wenig, wenig Pause, wenig Ruhe dazwischen. Und am Ende des Tages ist die Action in The Walking Dead für mich schon seit Jahren mit das langweiligste. Weil es halt einfach so unglaublich repetitiv ist. Ja, ich meine, was willst du machen? Walker sind halt Walker. Die haben wir jetzt auf alle erdenkliche Art und Weise getötet. Ab und zu fällt einem auch nochmal neuer ein. Okay, aber das ist ehrlich gesagt nicht das, warum ich einschalte. Schon lange nicht mehr. Um nochmal positive Sachen zu machen. Der Sophia Recast hat für mich funktioniert. Auch wenn die ein bisschen dunklere Haare hatte. Aber sie hatte halt dieselben Sachen an. Die hat diese Puppe im Arm, die Sophia, so wie sie kennengelernt hatte, im Arm hatte. Das hat für mich funktioniert. Und die beiden Briten waren auch ganz witzig, ja, dass sie da irgendwie an den Checkpoint kommen und Gott saves the Queen sagen und sowas, damit sie irgendwie reinkommen und so. Alles gecheckt. Aber ich verstehe wirklich, wirklich nicht, warum wir diese Szene überhaupt gesehen haben. Ich check's nicht. Check ich gar nicht. Was war die Funktion innerhalb der Story? Keine. Einfach nur bleiben sie dran, schalten sie auch das nächste Mal wieder ein. Ja, aber das war ja nicht mal ein Cliffhanger. Nein, natürlich nicht. Aber es ist, also andersrum, es war halt der gleiche Cliffhanger, als wenn ich eben, ich schätze mal, dass die Idee mit den luminisierenden Zombies, die lag halt nur rum, die musste irgendwie weg. Ja. Ja, aber dann hätten sie ja, also wenn sie durch den Eurotunnel gehen wollen, was ich ja immer noch eine gute Idee finde, weil den gibt's halt. Und wie kommt man nach England? Naja, durch diesen Eurotunnel. Das finde ich ja irgendwie eine coole Idee. Aber dann hätten sie das ja am Anfang der dritten Staffel machen können, wenn sie da unbedingt durchgehen wollen. Genau. Weil die war ja auch schon bestätigt. Also ich hab diese Viertelstunde, die hab ich wirklich nicht verstanden. Ich weiß nicht, warum. Ich auch nicht. Nein, nein, nein. Das war einfach nur, ja, keine Ahnung. Ich glaube, da lag die Idee mit diesen, mit diesen luminisierenden Walkern lag noch rum, die musste einfach weg. Das Set war schon gebaut. Vielleicht war das auch an einer anderen Stelle geplant. Keine Ahnung. Es wäre ein Auftakt für die dritte Staffel gewesen. Ich hätte sie am Ende dieser Staffel einfach in den Touril gehen lassen. Fertig. Ja. Ich brauche da nicht nochmal irgendwie was aufbauen, was ich sowieso nicht, hey, na, hab ich noch zwei Folgen. Okay, gut, alles in Ordnung. Aber die hatte ich ja nicht. Und ja, dann hätte ich lieber ehrlich gesagt, ja gut, dann hätte ich ihn auch nicht jetzt unbedingt zeigen müssen, was mit Laurent passiert. Nee, okay. Aber dann, ja, es war halt noch eine halbe Stunde Sendezeit übrig. Und ganz ehrlich, man darf auch, aber das ist ja jetzt, das ist jetzt kein reines Walking Dead Problem, das geht mit vielen Staffeln so. Es kann halt auch, alles was ich gesehen habe, hätte halt auch ein zweistündiger TV-Special sein können. Da habe ich jetzt keine sechs Folgen für gebraucht. Ja. Ja. Das kann ich auch schneller erzählen und habe den gleichen Effekt. Und trotzdem muss ich ganz ehrlich sagen, wenn ich das jetzt vergleiche mit The Ones Who Live, dann hat mir diese Staffel wesentlich besser gefallen als das, was mit Rico Michonne am Ende war, wo ich mir so dachte so, ah, okay, jetzt haben wir acht Jahre gewartet und das ist das, was euch einfällt. Ah, okay. Da fand ich das jetzt wesentlich fluffiger anzugucken. Ich knappe auch mal diese letzten zehn Minuten ab oder die letzte Viertelstunde da. Also ich, für mich ist die Staffel dann vorbei, wenn sie in diesen Eurotunnel reingehen. Genau. Vielleicht könnte man sogar noch diese Geschichte fragen, warum Fallu und Akira, aber sie wollten dann erklären, warum Fallu nicht mit denen geht. Okay, alles gecheckt. Haben sie auch erklärt. War alles in Ordnung. Und dann fand ich diese Staffel wirklich gut. Also ich muss sagen, ich habe gestern, ich habe ja schon gesagt, nach der ersten Folge habe ich so ein bisschen gedacht, ja, jetzt kommt aber mal auch zum Punkt, weil irgendwie also das Setting setzen oder sowas, das hätte ich jetzt in der ersten Folge nicht so richtig gebraucht. Aber danach ging die Story gut los und ich hatte irgendwie das Gefühl, mir wird hier alles wirklich gut erklärt und die Staffel versucht auch nicht schlauer zu sein, als sie ist. Und das hatte The Walking Dead in letzter Zeit immer häufiger, dass sie eben versucht haben, irgendwie total verschachtelte, schwierige Geschichten für eigentlich eine total banale Story zu erzählen. Und hier haben wir eine relativ banale Story mit aber guten Charakteren und gute Charaktermomente, die auch entstehen. Und sie wird halt relativ straight erzählt. Und das gefällt mir richtig gut. Also ich bin, ich bin relativ begeistert und würde fast sagen, das war eine der besten Staffeln The Walking Dead, die wir je gesehen haben. Absolut. Bin ich wirklich vollkommen bei dir. Das ist quasi mein Fazit. Auch wenn wir jetzt vielleicht bei dem einen oder anderen Sachen jetzt nochmal einen Finger reingelegt haben. Ich habe wirklich die, ich habe es, es war, ja wie gesagt, die Laurent Geschichte würde ich halt ein bisschen mehr so, ich brauche mal so ein Ziel. Okay, ich kann aber auch deiner Argumentation folgen. Aber ansonsten waren das wirklich interessante Charakter. Neben dem Grundproblem, da würde ich mir halt mal was einfallen lassen. Da haben wir ja gerade schon mehrfach drüber gesprochen, auch in den anderen Folgen auch. Unsere Helden kommen halt irgendwo hin, danach ist alles halt kaputt. Es ist halt einfach so, da könnte man inzwischen schon so einen Running Gag draus machen. Okay, aber abgesehen davon war das mal wieder eine Staffel, die was zu erzählen hatte, die nicht nur irgendwie da war, um Content zu produzieren, die einfach auch, weil ich halt auch Carol und Daryl, das ist auch von allen Couples, die da rumrennen, eigentlich das, was für mich am meisten noch irgendwie interessant ist, so der Alte oder der Knorrige und sie halt eben so und Balle sind ein bisschen grau, keiner ist wirklich so gut und so weiter. Und das war für mich auch nicht so reingekrampft, wie jetzt halt Maggie und Negan, die dann unbedingt wieder irgendwie zusammenkommen mussten, obwohl das halt einfach nur grenzwertig ist. Und halt eben meine Enttäuschung, ob Rick und Michonne, wo ich einfach denke, okay, hatte ich ja gerade eben schon gesagt, nach all den Jahren ist eigentlich nichts Besseres eingefallen. Aber ich hoffe, dass jetzt so ein bisschen auch mit den anderen Settings und vor allem, das muss man halt auch mal eben sagen, mit der guten, mit dem Production Value, ja, der halt wirklich echt gut war, ohne Witz. Der war wirklich für The Walking Dead wirklich gut. Wie oft hat man so das tausendste Set schon wieder recycelt gesehen oder sonst irgendwas und lieblos dahingestellte Autofracks? Nein, sie haben sich hier französische Autofracks besorgt, ja. Das CGI hat funktioniert mit der Set-Erweiterung für Paris. Du hast gerade dieses Set angesprochen im Montmartre, was auch von der Beleuchtung her wirklich richtig toll war. Dann viele On-Location-Shots. Ob das jetzt dann in Mont Saint-Michel gedreht wurde, weiß ich nicht, müsste ich mal nachgucken. Aber es war auf jeden Fall eine glaubwürdige Altstadtgasse, wo sie das gedreht haben und so weiter und so weiter. Also alles in allem bin ich da auch das schon nicht mehr gewohnt, weil ich ja eigentlich bloß noch diese eine Landstraße durch den Wald irgendwo in New England kenne. Seit Jahren, ja. Und schlechte Matte-Paintings und so. Also von daher, nein, wirklich habe mich positiv überrascht. Ich freue mich jetzt in der Tat, dass da schon eine dritte Staffel bestätigt ist und freue mich auf mal wieder. Mehr auf mehr und bitte mehr davon. Und wenn Sie jetzt Dead City auch nochmal so mit so einem schönen Twist versehen, habe ich da ehrlich gesagt nichts gegen. Ich freue mich ja immer, wenn es gut ist. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich habe Angst vor Dead City Staffel 2, weil ich Staffel 1 ja wirklich nicht so gut fand. Aber jetzt habe ich tatsächlich auch mehr Motivation, mir Dead City Staffel 2 anzugucken. Und The One to Live, geht das auch weiter? Nee, ne? Das war zu Ende, oder? Ich glaube, das war zu Ende. Gut, dann würde ich mal sagen, in diesem Sinne haben wir, glaube ich, die zweite Staffel ausführlich besprochen. Ein bisschen ungewöhnliches Format, weil wir es jetzt auch mal komplett, das passiert selten, dass man einen Screener eine komplette Staffel kriegt. Normalerweise kriegst du immer so die ersten drei Folgen. Und dann können wir nach und nach uns dann da mit euch gemeinsam das Ganze entwickeln. Hier war es jetzt mal so, dass wir einfach alles vorher schon gesehen haben. Und ich bin ja ganz schlecht im Einteilen. Wenn da vor mir ein Glas Cola steht, dann drehe ich das halt in einem Schluck aus. Ich kann mir das ganz schlecht einteilen. Und hier ist es eben auch so, da jetzt hier noch Wochen zu warten. Du bist ja auch bald im Urlaub. Von daher hätten wir das jetzt gemacht. Also wir hoffen, das hat euch an der Stelle so trotzdem mal gefallen. Und ihr konntet dem Ganzen und unseren Ausführungen folgen. Wir haben euch den ein oder anderen neuen Impuls gegeben. Andreas, ich danke dir, dass du wieder mitgemacht hast. Und hier noch der Hinweis am 31.10. dann im Rabbit Hole Theater. Unsere Halloween Nerdy Christmas Show mit anschließender Halloween Party. Kommt vorbei, es wird ganz, ganz großartig werden. Tickets gibt es unter rabbithole-theater.de slash nerdychrismus oder einfach auf dem Rabbit Hole Theater, da findet ihr es auch. Ihr könnt auch mal Nerdy Christmas und Groupon Deals googeln. Da gibt es auch irgendwie so einen Deal, da ist noch mal ein Getränk mit dabei. Guckt einfach mal nach, kommt vorbei. Da freue ich mich, wenn ich den ein oder anderen von euch dann sehen kann. Am nächsten Tag ist auch Feiertag. Also von daher gibt es eigentlich gar keine Ausreden. So, in diesem Sinne, wenn euch das heute hier gefallen hat, dann Däumlein nach oben. Schreibt uns eure Meinung an info at nerdizismus.de als Kommentar oder an die 01525 964 7709. Und dann hören wir uns wieder, wenn es im Walking Dead respektive The Last of Us respektive vielleicht einem anderen Horror-Universum weitergeht. Ich habe jetzt mal angefangen mit Ash vs. Evil. Die Serie zu Evil Dead, Tanz der Teufel. Ich bin gespannt, ich werde berichten. In diesem Sinne, macht es dir irgendwas. Bis dann. Tschüss. Eine Produktion des Podcast Imperiums. Die Serie.